Und damit herzlich willkommen zurück zum Abenteuer rund um unsere verlorengegangene Truppe der Justiziare, die durch einen Obelisken in eine fremde Stadt teleportiert worden sind und nun ihren Weg nach Hause finden. Zuvor sind sie aber auf der Suche nach einer vermissten Person. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, hier auf einem D&D One-Shot-Abenteuer, welches irgendwie mittlerweile zu einer kleinen Kampagne geworden ist. Wir befinden uns momentan in der Hafenstadt Hastendock, in Nordrondria. Es ist quasi nicht das, ich würde nicht sagen kulturelle Zentrum, aber auf jeden Fall das Handelszentrum. Eine wunderbare Hafenstadt, ziemlich rau und gesetzeslos, aber momentan mit einer klaren Mission. Diese beiden Herren haben es sich zur Aufgabe gemacht, ein Schiff zu kapern und Uruk endlich seinen lang erhofften Traum eines eigenen Schiffes inklusive Kapitänsposten irgendwo nochmal zu ermöglichen, was nicht so gut geklappt hat. Sie wurden von der Wellenkipper herausgeschmissen und sind lebend davon gekommen, dank dieser beiden jungen Männer, Atlathos als auch Odell, die zwischenzeitlich aber auch beim Lieutenant waren dieser Stadt, der Stadtwache. Und der hat ihnen gesagt, wir haben jemanden verloren, ihr könntet uns helfen, den zu finden. Dann würdet ihr auf die Wellenkipper kommen, als Passagiere am morgigen Morgen, wenn diese ablegen. Und da starten wir auch direkt wieder rein. Wollt ihr uns mal entfesseln? Wir wollen erstmal alles klären mit euch, bevor ihr schon wieder weg seid. Sind wir noch unsichtbar? Ja, sind wir noch unsichtbar. Ich stappe einfach mal los in Richtung, sehe ich irgendwelche Hafenarbeiter? Ja, es ist überall Hafenarbeiter. Ich nehme so welche, die so mindestens 10 Meter weit weg sind und stappe einfach los zum nächsten Hafenarbeiter. Ja, eine mittelalte Frau, die steht da, ist unter dir, auch eine Zwergenfrau und guckt zu der oben. Die typische Hafenarbeiterin. Ja, ey, was kann ich für dich tun? Ne, die guckt bestimmt nicht nach oben. Niemand guckt nach oben bei mir. Hey, was kann ich für dich tun? Suchst du Arbeit? Hey, ehrlich gesagt suchen wir einen gewissen Linden, der hier regelmäßig arbeiten soll. Schon mal gehört? Linden, klar, das ist einer wirklich unser, also ein guter Arbeiter. Der ist ja momentan seine Strafarbeit am Verrichten. Das ist eine Seltenheit bei uns, um ehrlich zu sein dabei. Der wird hier ja quasi kleinere Reparaturen, die er vornimmt. Ist eigentlich ein guter Schreiner, hauptberuflich. Und macht hier alles Mögliche an den Schiffen, gerade wo man was anhält. Für ein bisschen bare Münze, aber für ihn ist es halt Strafarbeit. Wäre er theoretisch in der Lage, ein eigenes Schiff zu bauen, wenn er genug Material und Zeit bekommt? Boah, ein eigenes Schiff zu bauen? Oder kennen Sie jemanden, der hier ein Schiff bauen könnte? Ja, die Dogs, wir bauen ja auch selber kleinere Schiffe dabei. Aber wenn ihr jetzt einen Mann wollt, das dauert halt Jahre, bis so ein Schiff fertig ist. Ja, nee, nur so eine Idee. Ja, letztendlich suchen wir den guten Mann. Der ist jetzt, soll nicht aufgetaucht sein, die letzten Tage, deswegen... Vielleicht ist das auch ganz gut so, der trägt immer so eine richtig dumme Mütze. Ja, von der dummen Mütze habe ich tatsächlich schon gehört. Nee, haben Sie eine Idee, wo der sich rumtreiben könnte? Ist der bekannt dafür, dass er vielleicht mal einen über den Durst trinkt? Irgendwo in der Taverne oder sowas? Da müsst ihr ja seinen Kollegen fragen. Bran, der ist ja etwas im Westen, arbeitet da an den Docks. Wie heißt der Kollege noch mal? Bran. Bran. Bei den Schiffsbauern, der Kollege. Die haben sich ganz gut angefreut. Vielleicht weiß der auch ein bisschen mehr davon. Wie erkenne ich den? Können Sie mir was sagen dazu? Ja, klar. Wir haben wahrscheinlich Mann, jung, blonde Haare dabei. Anfang 20. Können Sie eigentlich fragen. Okay, ich frage mich mal ein bisschen rum. Habt vielen Dank. Gar kein Problem, euch noch einen schönen Tag. Dankeschön, ebenso. Und Stapflots in Richtung Schiffsbauerecke. Lässt die dir einfach da stehen, dann quasi? Lässt du die einfach da stehen? Ja, ja. Ich würde mit den beiden kurz mal... Jungs. Und wenn wir lustig sein wollen, dann können wir das auch noch mal irgendwie checken, ob die das überhaupt mitgekriegt haben, dass ich weg bin. Nur so. Dann mach das nochmal. Ja. Selbst check. Man kann mich aber gerne mal übersehen. Ich bin da mal weg. Was ist das nochmal? Heimlichkeit. Heimlichkeit. Das ist dann eine 18. Ja. Auf einmal ist er wieder weg. Und ihr habt gar nicht mitbekommen, dass er überhaupt irgendwo weggegangen ist. Aber du bist gerade noch an meinem Reden. Du weißt es gar nicht. Ja. Du denkst, es steht noch immer zu viel zusammen. Ich dachte, wir bilden hier so eine Front der Vernunft gegen die beiden. Ich war ein Junge. Bei den Justizian. Könnt ihr doch auch eine Weiterbildung zum Schiffscaptain machen, dass ihr... Uro hat Ausbildung zum Schiffscaptain geschafft. Dass ihr die ganzen Gefahren auf dem Meer bekämpfen könnt. Das gibt's doch sicher. Und ich würde sagen, wir schauen erstmal nach dem Linte. Dann fahren wir morgen nach Hause. Zurück in die Outlands. Und dann suchen wir euch da ein schönes Schiff. Oder wir fragen den Lieutenant, ob wir die Piraten umhauen können. Und dann nehmen wir da ein Schiff. Das ist meine andere Option. Oh, ein großes Schiff. Aha. So ein Schiff. Und dann haben sie die Piraten nicht mehr. Dann fahren wir zurück zu den Justizianen. Und dann haben die Justizianen... Aber dann nehmen die uns das ja weg. Die passen nur drauf auf, wenn wir nicht da sind. Das ist meine Einstattung. Hoffnung. Ich würde euch beide jetzt losmachen. Ja. Cool. Super. Ich gehe zum nächsten Typen, der das... Welch Horror hier den Spielern widerfahren ist. Was es damit wohl auf sich hat. Und wie das Abenteuer weitergeht. Das seht ihr hier in zwei bis drei Tagen. Auf dem Kanal also folgen, um das nicht mehr zu verpassen. Der da steht. Eine Sekunde erstmal. Also du machst die Bande. Bitte Bande. Okay. Wickelst sie ja als ab. Als erstes. Bitte macht nichts Dummes. Den als erstes. Du machst Uruk auf. Zack. Zack. Du hast immer noch dein... Ja, ich würde das Tuch so langsam machen. Dein weißes Tuch. Möchtest du es wegwerfen? Ja, okay. Jetzt hast du es weggeworfen. Wirfst es zurück. Landet auch im Wasser. Und da steht nur ein Typ, auch auf dem Schiff, wo er gerade war. Der macht so. Alter, kannst du es nicht mal zurückgeben, Digga? Ach, tschuldigung. Ah, ja, ja, ja. Eigentlich hat er eigentlich den Hut aufgehabt. Hat das Tuch so die Hutform nachgemacht. Nice. Ja, und dann machst du wahrscheinlich... Geiles mit Hut, Matthäus. Matthäus. Ja. Ich reib mir das Mehl ab an seinen Klamotten. Ich wisch ihm eine Möcke mit einem Quarterstuff aus. Okay, werfen wir mal auf Angriff. 11. Trifft einer 11. 15, also trifft nicht. Das 15, 11. Das ist ja Konstitution und sowas. Du hast das so eingetragen. Konstitution bringt ja nichts. Nee, Konstitution bringt ja nichts. Dann habe ich wahrscheinlich 12. Eine Rüstungsklasse oben. Da steht 15 bei ihm, aber... Wir hatten 15 eingetragen. Kommt mir eigenartig hoch vor. Wie viel Geschicklichkeit hast du? Eine 0. Keine Chance, dass du das hast. Keine Chance, dass du 5. Was für ein Standardwert, dann trage ich 12. 10. Das ist der Standardwert. 10. Ist der Standardwert. Also bei Magier stand 12. Was wir geguckt haben, gerade. Ich weiß es nicht. Letzte Mal hat er auch schon so extrem hohen Wert gehabt. Dann haben wir uns gefragt und dann meinte er, er ist halt Zauberer-Tank. Ja. Tank, Zauberer. Dummler. Kannst du ja nicht sagen, wie du das hinbekommst. Jetzt wird es mal so eingetragen. Ach, das war auch viel falsch, muss ich unfairerweise sagen. Was ist unser Basel? Das ist hier mit Nordbanger Armored. 10. 10? 10. Ja. Ja, dann trifft's, ne? Oder die haben Lederrüstung, ne? Du hast Wizard, du hast eine Stoffrüstung, du hast keine mittelschwelle Rüstung. Kannst du nicht haben. Macht die mit der Stoffrüstung irgendwas? Bitte? Nein. Macht die mit der Stoffrüstung irgendwas? Ne, aber sie sieht gut aus. Super, danke. Die von Gucci? Das Wort Stoffrüstung ist schon wild eigentlich. Äh, es hat ne Robe dabei. Ja, ich wünsche meine aus. Dann würfel mal Schaden. Ja, der brennt. Ja, einmal im Leben treffe ich 8. Dann kriegst du 8 Schaden. Holy. Also wirklich, dir fliegt auch so ein Zahn raus gerade. Wir sind die Gerechtigkeit, nicht die Diebe. Du zahlst den Zahnarzt. Helm zahlt den Zahnarzt. Ne. Nein. Du hörst doch, das hört sich nicht so an. Klar wie bei er. Das ist ein Hochschall-Schein-Zahnarzt. Soll ich mal gucken? Ich bin aber auch medizinisch ganz gut. Soll ich nochmal? Ja. Okay, komm. Mittlerweile merkst du auch, dass die Unsichtbarkeit so im Endeffekt nicht mehr existent ist. Ach ja, stimmt. Da hat er einen abgekriegt. Ich würde ihm... Stimmt. Ich würde ihm auf dem Kopf meine Hands-of-Healing draufhauen, damit es besser wird. Ich kann ja Leuten verprügeln, dass es ihnen dann besser geht. Das sind... Lass mich nachschauen. Das ist erstmal ein Key-Punkt. Und dann kriegst du... Sieben Treffer-Punkte wieder. Okay. Dann kannst du dir... Also hast du insgesamt einen verloren. Ich schieb den Zahn wieder rein, oder? Ich schieb den Zahn wieder rein und ersetze. Du merkst, dass du langsam so ein bisschen nachwächst. Also der Zahn wird nicht nachwachsen, aber auf jeden Fall das Zahnfleisch... Besser als jede Masseuse, die ich hier bekommen hätte. Oh, super. Magische Hände. Einen Zauberplatz darfst du dir damit austragen. Das ist unglaublich. Das lag wirklich an diesen Umstecken. Jetzt geht es da wieder perfekt. Unglone. Egal. Wie dem auch sei. Also Kinder, ist nichts in den Hub stecken, was funktionieren muss. In der Zwischenzeit sind wir bei einem Schiffsbauer angelangen, beziehungsweise ein Kleiner. Und da ist auch so ein blonden junger Mann, der bemerkt dich an dieser Stelle auch direkt und sagt, ey Mann, was kann ich für dich tun? Seid gegrüßt. Sei der Bran? Ich bin Bran, ja. Das ist richtig. Wollt ihr mit meinem Vater sprechen? Ne. Arbeitet ihr mit einem gewissen Linton zusammen? Linton mit der dummen Mütze? Ja, der. Ja, das ist einer meiner Freunde mittlerweile hier dabei gewesen. Er ist ein wahnsinnig cooler Kerl, normalerweise Schreiner und hat trotzdem weiche Hände wie ein Adeliger, muss ich ja fast schon sagen. Doch, doch, mit dem arbeite ich, richtig. Ich habe den heute noch nicht gesehen, wenn er den sucht. Ja, ich bin Justizia Odell und wir... Ein Justizia? Ja, ich bin hier auf... Ich will die Marke sehen, das ist ja super cool. Ich wollte selber immer mal sehen. Ja, dann zeig ihm so die Marke. Würdet ihr gerne... Darf ich die in die Hand nehmen? Ja. Er guckt die an, wie so ein Kind so eine Polizeimarke anguckt. Ey, ich finde das total cool, was ihr macht und sowas. Dass ihr für Recht und Ordnung steht und so. Wenn ich das könnte, würde ich es auch werden, aber ich habe halt kein kämmerisches Talent. Ey, aber super cool. Wie kann ich euch helfen? Hat Linton was ausgefressen? Na, ehrlich gesagt, wurde an uns herangetragen, dass er nicht aufgetaucht ist zu seiner Arbeit, die er verrichten muss. Und gerade auch, weil ihr gesagt habt, ihr habt ihn nicht gesehen. Da ist die Frage, ob wir suchen ihn und ich würde gerne Informationen haben, wo wir ihn vielleicht finden könnten. Er ist sehr bekannt dafür, dass er irgendwo, keine Ahnung, auf der meiner Taverne einen übern Durst trinkt oder lange schläft. Oder wo könnte man ihn vielleicht auch finden? Linton? Er könnte vielleicht hinter die Docks gegangen sein zum Mittagessen. Nördlich gibt es da so einen wunderbaren Platz, wo man die Aussicht auch genießen kann, auf den Strand. Da könnte es vielleicht sein. Den ganzen Tag schon? Also, ich habe ihn heute noch nicht gesehen. Wenn er Mittag isst und guckt so, könnte es sein, dass er gerade da einfach seinen Lunch macht. Mhm, mhm. Okay, da schaue ich mal nach, ob ich ihn da finde. Ich hoffe, ich habe ihn gefunden. Hinter den Docks. Wo genau? Hinten, hinter den Docks quasi. Das ist so eine kleine Erhebung, das findet ihr auch einen schönen Baumstamm. Wir nutzen einige zum Sitzen, er insbesondere. Nutzt ihn einfach, um die Wellen ein bisschen zu beobachten. Okay, da schaue ich mal nach. Saust du irgendwelche Ideen? Mhm, äh, ansonsten irgendwo an den Docks mal rumschauen. Da könnt ihr mal rumtummeln. Ansonsten fragt einfach mal eine von den Stadtwachen, vielleicht haben die ihn ja gesehen. Okay, äh, ja, vielen Dank. Ja, habt uns schon sehr geholfen. Nicht dafür. Wenn sonst noch irgendwas ist, ey, ich helfe euch immer gerne. Ja, da, ich, ich komme vielleicht drauf zurück, ich melde mich. Okay, cool. Super. Ja, einen schönen Tag noch. Tschüss. Ebenso. Ja, und du stapfst weiter zurück in Richtung deiner Gefährten und als du wieder zurückkommst, siehst du auch sich immer noch einen, der immer wieder lächelt. So ein Magier, aber wenn er lächelt, hat er jetzt oben rechts irgendwie so ein Zahn weniger von den Schneidezähnen, die ihm abgebrochen sind. Das sieht doch schon aus. Ja, ich gucke mal auf Heimlichkeit. Ja, ich gucke mal auf Heimlichkeit. Äh, 17. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Auf einmal seht ihr ja gerade, wie ihr euch, wie die Heilung so verendet ist, dass neben euch die Hand geht weg und hinter der Hand siehst du Odell Silicon wieder stehen. Hallo, kleiner Mann. Hm. Ah, hi. Wo warst du? Wie? So, ich habe geguckt. Äh, ich gehe jetzt nochmal... Äh, alles okay hier? Ja. Was dir passiert? Du, du, dich sehe ich wieder. Uruk ist immer noch unsichtbar. Ne, alle sind, also die sind, alle mittlerweile ist natürlich schon abgelaufen. Achso. Okay. Äh, was ist hier los? Was hat das Plan? Wir würden mitkommen bei der Suche nach Linte. Und ich würde ihn aufheben, den Zahn und ihn mitgeben und sagen, der ist von Matthäus Maximus. Wir mussten mal disziplinarisch tätig werden. Okay. Schreibe ich mir den Zahn auf? Was, 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 was hätte ich jetzt dazu sagen? Was, was hätte ich dir dazu sagen? Hier wird mit deinen Sachen kündig gebaut. Zu vor hab ich den Zahn eingestellt. Ja, weißt du, ruhig. Da ist Gold drin. Jetzt will ich wieder haben, da ist Gold aus dem Zahn. Ich seh da kein Gold. Ja, mach mal die Augen auf. Seh ich da Gold? Gib du mir mal ein D20. Wenn das über 15 ist, ist das ein vergoldeter Zahn. Nächste 5. Das ist ein Stück normaler Zahn, den in der Hand fällt. Ich packe dem wieder meinen Beutel. Druida hat immer... Zahn kann man immer gebrauchen. Ja, ich bin unterwegs hinter Stock. Aussichtspunkt mit einem Baum. Geht ihr mit? Uruk hat die Idee. Wachen sagten, Holzfäller. Uruk gucken im Wald nach ihm. Gute Idee. Das ist tatsächlich auch die Richtung vom Wald, weil da ist auch der Baumschirm und sowas. Dann laufen wir mit. Da geht quasi der Strand in den Wald überall in so einer kleinen Stallküste. Stallküste heißt das, in drei Meter. Und dann fängt der Strand quasi unten an. Da ist tatsächlich auch die Aussichtspunkte. Murmeln vor mich hin, Matthäus Maximus braucht einen Zahnarzt. Okay. Ja, ihr geht tatsächlich in Richtung dieses Strandes. Ich stehe immer noch hier. Wo sind wir denn eigentlich? Ihr seid jetzt gar nicht mehr in der City. Also der Tisch ist jetzt gerade ein künstlerisches Element. Ansonsten war es das dann auch schon. Okay. Ihr geht in Richtung Strand. Und als ihr dem Strandweg so etwas folgt, merkt ihr auch, da sind einige Fußspuren. Auch nur ein Fußspurpaar, was sich noch so im Sand ganz, ganz leicht erkennen lässt. Da ist auch dieser beschriebene Baumstamm. Daneben ist so eine kleine Linde, die da oben ist. Ist auch nicht mehr so ganz stabil, etwas kahler mittlerweile auch. Und auf diesem Baumstamm seht ihr tatsächlich eine ziemlich dumme Mütze. Was heißt ziemlich dumme Mütze? Diese ziemlich dumme Mütze ist eine ganz alte Matrosenmütze, die ja gar nicht mehr, quasi die gar nicht mehr heute benutzt wird. Weil sie ist blau-weiß gestreift, also unten eine komplett weiße Krampe. Oben ist sie blau-weiß gestreift komplett da drum. Oh, das ist eine Matrosenmütze. Ich nehme die. Du nimmst dir die und darfst dir jetzt eine dumme Mütze aufsteigen. Ne, setze ich die direkt auf. Und tu die andere in mein Inventar. Okay. Dann bist du jetzt mit einer Matrosenmütze unterwegs. Ich möchte mir gerne die Fußspuren anschauen und gucken, wo die hinführen. Okay. Sind das große Füße oder kleine Füße? Das sind menschliche Füße. Normalerweise so Arbeitsstiefel kannst du das auf jeden Fall. Also schon männliche Füße. Ja, auf jeden Fall. Urug, als geborener Handwerksmensch und auch fantastischer Holzfäller, wie wir letztes Mal gelernt haben, würde seine holzfällerischen Instinkte nutzen und sich fragen, wenn ich ein Holzfäller wäre, wo würde ich jetzt Holzfällen gehen? Denn er sucht ja einen Holzfäller, also denkt er wie ein Holzfäller. Ja, okay. Das darfst du für dich selber entscheiden, ob du weißt, was ein Holzfäller so beruflich macht. Auffällen wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon. Das darfst du für dich selber auswürfeln wieder. Horstor, beziehungsweise Modell, Silicon, du darfst mal einen Nachforschungswurf mir geben. Ich brauche eine Holzfäller. Ah, das Nachforschungen, das ist eine Zehnencreme. Das, was du auf jeden Fall findest, ist, dass hinter dem Baumstamm noch so ein Butterbrot liegt, angebissen, aber nicht aufgegessen. Und du siehst ganz viele Verwirbelungen im Sand, die du nicht klar identifizieren kannst, was das jetzt ist. Aber das ist auf jeden Fall irgendwas Großes hergeschliffen worden. Und diese Schleifspuren, die führen auch in Richtung Strand. Also quasi, wie muss ich mir das vorspielen? Fußspuren zum Baumstamm? Genau. Da hat man sich hingesetzt, anscheinend gegessen und anscheinend gab es dann Toh-Wa-Woh. Ich habe das Wort Toh-Wa-Woh. Toh-Wa-Woh. Dankeschön. Toh-Wa-Woh, okay. Toh-Wa-Woh, das, was da war. Und in Richtung Strand, aber dann direkt quasi diesen kleinen Abhang runter, gibt es dann diese Schleifspuren, die dort noch entlangführen. Also, ich möchte nur sagen, ob mein Holzfällerwissen habe ich einen Net-Wenty gewürfelt. Das heißt, ich bin der geborene Holzfäller und in meinem Kopf ist so, gucke mich um, wo der nächste Wald-Baum-Bereich ist und gehe schnurstracks los nach Holzfällern zu suchen. Uruk, warte mal kurz. Hä? Der ist wahrscheinlich gar nicht da selber hingegangen. Odell ist hier gerade am Spurenlesen. Ich folge den Schleifspuren einfach so den Strahlen. Folgst du? Teilst du das mit uns? Nö, ich sag nichts. Ich geh einfach runter. Also, theoretisch wäre meine geistige Fixierung eher Holzfäller, Wald. Okay, gut. Wo Wald? Lass den einfach dann gehen. Ich versuche, den mitzunehmen. Uruk. Lass uns nicht aufteilen. Aber Holzfäller im Wald. Uruk selbst. Uruk. Wir gehen mit denen. Ah, da sind Spuren. Guck mal, der Odell, der geht da schon lang. Nicht, dass er wieder weg ist. Aber Holzfäller, Strand? Ah, ah. Holzfäller, Wald. Vielleicht ist er auch Strandfäller. Vielleicht will der Palmen fällen. Ah. Macht Sinn. Okay. Palmenholzfäller sucht Palmenholz. Okay, cool, Mann. Der bringt mich auf die Palme. Gut, gut, gut. Man muss eure Abenteurer einfach gar nicht so schwer gestalten, sondern ihr macht euch das selber schwer. Im Prinzip kannst du sagen, geh da hin und das kriegen wir schon nicht hin. Funktioniert einfach nicht. Einfach ein Dummer und der zieht alles runter. So funktioniert das. Ich habe zwei so eine Tröten. Ich weiß, wie du ihn steuern kannst. Ihr geht in Richtung Strand. Das funktioniert auch ganz gut. Ihr verfolgt die Spuren, bis sie halt wirklich an den Strand an sich gehen. Also nicht direkt die Wassergrenze. Aber irgendwann, dadurch, dass das Wasser natürlich mal hoch und runter geht, verschwimmen die Spuren. Und das letzte Indiz, was ihr habt, ist, dass es noch weiter in Richtung Westen führt. Am Strand entlang. Aber die eigentliche Spur ist verschwommen. Die eigentliche Spur ist verschwommen. Die hat sich so leicht ausgelaufen, weil umso länger ihr geht, umso weniger aktiv wird die Spur. Und bis ihr halbwann nur noch die Richtung deklarieren könnt und liest dann Richtung Westen. Dann stapfe ich weiter in die Richtung. Warten wir mal ganz kurz. Ich glaube, ich habe eine sehr gute Idee. Du kannst dich doch in Tiere verwandeln. Ja. Wir haben den Hut von dem Mann. Willst du dich nicht vielleicht in einen Wolf verwandeln? Du riechst an den Hut und nimmst die Tarte auf. Wie so ein richtiger Spürhund. Ich will meinen Hut nicht abgeben. Nur mal kurz schnüffeln lassen. Vielleicht gibt ihr dafür auch den Zahn wieder. Ich will meinen Zahn dafür zurückhaben. Meinen Zahn? Das ist mein Hut. Einen Wolf? Das ist nur eine Idee. Also irgendwas, was schnüffeln kann und dann schnüffelst du mal an seinem Kopf. Bevor die ganze Schweißplatte. Ich werde nicht sagen, aber bestimmte Schweinesorten können sehr viel besser schnüffeln. Ja, oder das. Ich bin hier nicht der Ruine. Okay, ja. Das ist eine gute Idee. Ja, ich will meinen Zahn. Ja, du kannst deinen scheiß Zahn haben. Ich will den jetzt haben. Ich will jetzt meinen Zahn. Okay, ich gebe ihm seinen Zahn zurück. Gut. Versuch, den wieder reinzudrücken. Und möchte mich... Ey, das wird nicht funktionieren. Das fällt wieder raus. Du musst dich auf Schaden würfeln. Nee, ne? Und ich möchte mich verwandeln in ein quasi Filzschwein. So eine Art Trüffelschwein. So eine Art Trüffelschwein, genau. Die kenne ich aus meiner Heimat. Schädlich. Woher kommst du? Na ja, aus den Outlands aus... Wo kommen wir her? Weißt du noch mal. Keine Chance, dass du ein Trüffelschwein... Nee, da gibt es keine Trüffelschwein. Das ist keine Welt. Aber trotzdem ein Schwein. Wildschwein hatten wir schon. Und die haben auch ziemlich gute Nasen. Okay. Du verwandelt dich in... Ihr merkt auch, dass alle das, was er anhat, sich wieder in sich morphen. Und auf einmal habt ihr einen... Und dann gucke ich dich so an. Ein bisschen so ein Rücken dazu gedreht, weil ich mir nicht vertraue. Hier an dem Hutstück. Kann ich damit dann quasi... Nachherte schnüffeln. Wahrnehmung hätte ich gerne. Wahrnehmungswurf mit Vorteil aber. Wahrnehmungswurf mit Vorteil. Ich bin ein... Du bist ja ein... Soll ich irgendwas... Willst du das einblenden? Wir können auch noch einblenden, wenn du möchtest. Jetzt musst du es gerade nur suchen. Ja, genau. Damit du mal ein bisschen in Übung kommst. Warte mal. Nee. Nee, warte. Da. Guck mal. Tada. Ich brauche eine Markierung, glaube ich. So, Wahrnehmung. Erstens ist eine 6. Die brauchen wir nicht nehmen. Der brennt, der brennt. Eine 14 sieht doch schon besser aus. Na, ob der gebrannt hat, weiß ich nicht. Ja, der hat gebrannt. Zwischen 7 und 1. Hat er gebrannt. Gehen wir mal damit. Was hast du insgesamt? Eine 14? 18 dann. 18. Oh. Ja, es geht weiter in Richtung Westen. Also es hat sich einfach nur wahrscheinlich verwaschen, diese Spur. Schnüffel, schnüffel, schnüffel. Okay. Ihr folgt gerade so einem kleinen Schweinchen, was da diesem sehr kalten nordischen Strand entlang geht. Und ihr merkt auch, dass das ursprüngliche Klima, was im Hastendock geherrscht hat, dass es eher gemäßigt, nordseekalt in sehr frostige Temperaturen übergeht. Und wer kennt sich dort aus in Nordrondria laut seiner Geschichte? Ist das in der Stadt oder ist das eher außerhalb? Außerhalb. Verdammt. Ich glaube keiner, oder? Ja. Aber eigentlich dürftet ihr wissen, dass normalerweise alles sehr frostig ist. Also es ist nicht außergewöhnlich, dass da auf einmal auch so Schnee und Eis und sowas nochmal mit an den Start kommt. Das ist ein bisschen windy dann und die Küste verwandelt sich von Sand eher in eine felsige Küste, bis ihr eher in eine Gegend kommt, die wirklich nur noch aus Schotter besteht. Und in der Nähe, um so eine kleine Ecke, seht ihr einen Eingang in eine Art Höhle. Und die Duftspur, die wird hier auch deutlich stärker noch einmal. Oh, da ist es riecht da drin. Die schnüffelt so in Richtung Höhle. Einfach schnurstracks rein. Also nicht ganz, ja, so in Richtung Eingang. Reutet ihr? Ja. Ich würde meine Fackel anmachen und ich würde Matthäus Maximus noch was auf meinem Beutel anbieten. Wenn ich Matthäus mit einem Zahn, tut mir leid. Ich habe hier was, damit könnt ihr versuchen, den wieder festzumachen. Und ich biete ihm den Kaugummi an, den ich vor anderthalb Jahren in der Zwergenhöhle gefunden habe. Der ist noch ungeschautet. Schlimm, der hat jetzt in die Kaugummis gefunden. Oh mein Gott. Genau. Ich habe einen Kaugummi gefunden, den könntest du ankauen. Den habe ich in der Zwergenmine gefunden. Ich gucke mir den an, würde mal drauf würfeln, ob ich das für eine gute oder für eine schlechte Idee halte. Okay, dann gib mir mal Wütter. Alles unten, 10 drunter ist Schluss. Gib mir einen Nachforschungswurf. Gericht, Kaugummi wird ja nicht schlecht, ne? 13, ja okay, ist ein 17. Ja, das ist halt ein normaler Kaugummi, ne? Ein Kaugummi wird halt nicht schlecht. Also wie könntest du ein Kaugummi dir einschätzen? Das musst du dann für dich entscheiden. Aber es ist jetzt nichts irgendwie Verdorbenes an einem Kaugummi. Währenddessen ist Uru unterwegs aufgefallen, dass keine Palmen da waren. Das heißt, der Holzfäller muss hier durchgekommen sein. Denn wenn die Palmen schon weg sind, sie sind nicht schon gefällt worden, dann sind wir auf der richtigen Spur. Klar. Uruk-Logic. Atlatus, gib mal her. Ich tue ihn erstmal in die Tasche und überleg mir das noch. Okay, du kriegst einen Kaugummi. Ah, das ist ein angekautes Kaugummi. Ah, nee, der ist noch frisch. Nee, ist noch frischer. Ach ja, nee, dann esse ich den. Schreitst du zum Blechstisch? Du isst den einfach. Dann esse ich doch, der wäre angekaut. Nee, nee, dann esse ich den. Du isst den einfach. Also essen, wie wir es um Kauen halt. Ja, also du willst du nicht nutzen, um den Zahn. Ich bin ja der, ich bin voll überzeugt, dass es ein normales Kaugummi ist. Rein da. Okay, dann isst du jetzt gerade ein Kaugummi. Ja, nach was schmeckt das? Gar nichts. Also es ist halt mittelalterlicher Kaugummi, der ist eher da, um Teele zu reinigen. Mittelalterlicher Kaugummi. Mhm. Ja, gut, dann habe ich das gekaut und kleine Hände. Ich brauche kleine Hände. Odell. Ich bin ein Schwein. Ich bin so ein Schwein. Ist immer noch ein Schwein, ob man in die Höhle geht? Ja, ich schnüffel da weiter rum. Okay, du bist auch immer noch ein Schwein. Ich werde doch nicht unnötig unnötig. Ich bin unnötig unnötig, oder? Ich habe kleine Hufe. Einmal Mönche, ne? Die sind schon, die ich auch um sich selber kümmern im Kloster, oder? Hast du schon mal so einen Zahn wieder reingedrückt mit Kaugummi? Ich bin medizinisch schon sehr erfahren, aber das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Ich bin kein Zahnarzt, aber wir können es gerne probieren. Mach mal den Mund auf und habe enormsten Mundgeruch. Der ist fingerfertig. Super, Koch. Willst du mir den mal wieder reindrücken? Ich glaube, wir sollten Geschmack in Kaugummis einbauen. Ich glaube, das sind Millionenideen. Ich würde mal mein Kräutertäschchen aufmachen und mal schauen, ob ich da zumindest irgendwas an Pflanzen dabei habe, um eine Infektion zu verhindern, weil den Zahn wieder reinsetzen werde ich ihn wahrscheinlich nicht können. Du hast einen Alchemiekist dabei, ne? Ich habe so einen Hörbelkist dabei. Ja, doch, findest du. Also auf jeden Fall was, was so ein bisschen antiseptisch ist. Genau. Ist der Zahn inklusive Wurzel? Oder ist der abgebrochen? Der ist einfach nur abgebrochen. Also die Wurzel steckt da noch drin. Okay, die Wurzel ist noch drin. Ja. Also Kaugumis ran und dann Kaugumis ran und dann drücke ich ran. Es tut richtig weh. Es tut richtig, richtig hart weh. Und jetzt machst du mir mal bitte einen Fingerfertigkeitscheck. Nicht Medizin? Bitte? Nicht Medizin? Doch, stimmt Medizin. Ach, du hast schon vergessen, dass es den gibt. Überlebenskunst, oder? Eine vier. Ja, du kriegst vier psychischen Schaden. Also es tut so höllisch weh. Dein Kopf burnt die ganze Zeit. Und du merkst einfach nur, dass es noch mehr zu bluten. Blumen anbringt. Ah! Fuck! Nein, 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 nein. Der ist der Horror. Der ist wirklich der Horror. Hör auf! Helm ist nur der Gottes Schutz, das ist nicht der Zahnhygiene. Ja, liebe Zuschauer, es kann so ein einfaches Abenteuer sein. Naja, so ist das halt im Leben. Uh, klopft ihm aber doch von unten. Hast du den Zahn verschluckt? Ich hab den Zahn verschluckt. Ich hab den Zahn verschluckt. Heimlichgriff, heimlichgriff. Gucken wir mal, ob das heimlich bei dir immer funktioniert, oder? Ja. Würfel mir bitte auch einen Medizin-Check. 15? Ja, passt. Nee, 18. Achtung. Okay, passt. Du. Puh, puh, puh. Puh, puh. Das spuckt auf dich. Achso, er hat in meine Richtung gespuckt. Ja, das Schwein sieht nur diesen Zahn fliegen und denkt, es ist was zu essen und schnappt ihn sich und frisst den Zahn. Scheißwerke. Ich nehm das Schwein hoch und verblut den Heimlichgriff beim Schwein. Das hilft nicht, weil das Schwein hat es runtergeschluckt. Ja, ich versuchte auch den rausgedrückt. Und man denkt, Urug wäre das Problem mit dieser Party. Manchmal wird mir klar, dass ich den einzig reasonable Charakter hier spiele. Warum schreibe ich Abenteuer, Mann? Warum schreibe ich Abenteuer? Ich liebe es, den Charakter von dem Tier zu sein. Okay. Ja, es ist wirklich eine sehr abstruse Szene für jeden, der nicht da anwesend ist und das beobachtet. Du Drecksschwein! Naja. Irgendwann wieder zurück. Mal gucken, ob so ein 1 Meter hoher Typ gerne einen menschlichen Zahn ausgibt. Kackt. Was werden wir dann herausfinden? Dann rein in die Höhle? Hast du mich wieder runtergelassen? Ich lass mich wieder runter. Das Schwein schreit auf und rennt einfach in die Höhle rein. Okay. Ich würde sagen, du gehst in die Höhle im Schwein. Ihr habt das absolut nicht. Ja, so ungefähr. Ach ja. Ich hör mal eine Fackel anmachen und hinterher gehen. Ja, ich komm auch hinterher. Ja, mein Zahn. Früher oder später. Ihr kommt in diese Höhle rein. Es ist eine Höhle, wo aber auch teilweise das Meer nochmal reinfließt. Also es ist eher eine riesig große Überdachung, die dort ist. Und auf der linken Seite seht ihr auch eine kleine Einbuchtung, als das Schwein da über die Seite reingucken möchte. Das geht aber auch nach gerade vorne. Seht ihr auf einmal mehrere Kreaturen. Rauspirschen und mit Netzen und quasi eine Art Angel in der Hand auf dich ein. Ah, da ist ein Schwein, ein Schwein, ein Schwein. Und ein paar Kreaturen kommt da quasi über die Seite. Und jetzt müssen wir mal ganz, ganz kurz das hier alles abräumen. Liebe Freunde und herzlich willkommen wieder zurück. Und welch ein Wunder. Wir haben ein wenig umgebaut. Wir befinden uns momentan am Eingang der Höhle. Den seht ihr momentan. Und um die Ecke ist man quasi her. Und dort kommen ein paar Kreaturen raus. Und wollen das Schweinchen, was jetzt hier gerade unterwegs ist, um einen Kopf oder wahrscheinlich auch um die eine oder andere Rippe kürzer machen. So wie es der liebe, ja, wie es halt gewollt ist. Das ist, denke ich mal, relativ klar. Was wir jetzt machen werden, ist folgendes. Wir gehen nämlich mit unserer PDZ, das jetzt, jetzt steuern wir uns, Leute. Jetzt steuern wir's. Da, guck mal da. Um den Kampf ein wenig besser zu stellen. Da sind sie nämlich. Action Shot. Action Shot. Warte, wir können auch noch zoomen. Den, 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 den. Din, 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 din. Ja, und die große Frage, die wir uns natürlich stellen, ist, was passiert jetzt als nächstes? Sollen wir auf Initiative schon direkt wollen? Äh, also die Typis, die reden in irgendeiner Sprache, aber du hörst im Endeffekt nur Schwein. Was möchtest du erstmal machen? Äh, ich renne da quasi gerade rum im Vollsprint oder was? Im Vollsprint? Du bremst jetzt gerade und stehst vor denen. Was sind das für welche? Das sind irgendwelche, das sind auf jeden Fall verschiedene Wesen. Aber anscheinend auch Meereswesen. Die kommen jetzt auch näher zu dir. Was tust du? Äh, holen jetzt aus mit ihrem Ding. Ich renne auf die zu. Okay, du rennst auf die zu. Möchtest du die angreifen? Ich greif die an. Okay, dann hast du an dieser Stelle Initiative bitte. Genauso wie die. Was machen die anderen, als sie das sehen? Äh, ich glaube, Ugo rennt hinterher, sieht wie sie ausholen. Ja. Oh, Finger weg vom Schwein. Dann würfelt mir mal alle Initiative. Oh. Einer nach dem anderen bitte gleich. Ich würfel erst mal den. Gut. Äh, in dem Moment ist als erstes dran Atlatus, der die Chance hat jetzt zu reagieren. Ähm, ich würde unser Schwein gerne unterstützen. Ja. Und ich würde mich ran bewegen. Aha. Komm ich ganz weit mit meinen 40 feet? Ja, du wirst du kommen. Ja, 40 reicht. 40 reicht. 40 reicht, perfekt. Drei sind die ja vielleicht knapp gewonnen. Mh. Und so friedlich wie ich kann, dem ersten Wesen zurufen, Schwein Freund und ihm selber mit meinem Stab nicht tödlich auf den Kopf hauen wollen. Okay, dann mach mal einen Attack Roll. Habe ich eine 15? Mhm. Ähm, wen greifst du davon an? Ich würde den grünen angreifen. Den kleinen? Den kleineren. Okay, das trifft. Hätte ich 4 Damage und dann würde ich nochmal nachtreten. Okay, dann tu das. Auch nicht tödlich nachtreten. Nein, nicht tödlich nachtreten. Habe ich eine 21? Und das wäre eine nochmal tier Damage. Okay. Du triffst mit insgesamt 8 Schaden und du merkst auch, das haut richtig rein. Und dieser Frosch hat eine ganz kleine Nase und... Wir sind Freunde! Er versteht dich anscheinend nicht und fängt auch laut an zu glorken. Freunde! Okay, als nächstes ist Matthäus dran. Matthäus Maximus. Ähm, jetzt... Wie stehen... Ich sehe das hier so schlecht von mir aus. Du kannst doch auf die Kamera gucken. Find. Wie Action Cam. Äh, ja komm, ich geh mal nach vorne. Bis wohin, sag mir Stopp. Bis zu dem Typen ran, so auf 10 Fuß muss ich ungefähr. Das kann 10 Fuß sein. Ja. Und dann setze ich Burning Hand ein als Spell. Ich spiel das auch daneben. Ne, aber Burning Hand ist in Ordnung. Das betrifft dich nicht. Okay. Außer bei einer 1. Ich hab meinen Zauberwert... Wie hab ich meinen Zauberwert nochmal ausgerechnet? Ausgerechnet. 14 müsste der sein, glaube ich. Intelligenz plus 2. Müsste 14 sein, mein Zauberwert. 14? Ja. Äh, auch auf den Kleinen wieder? Auch auf den Kleinen wieder. Das trifft. Der 3... Kannst du ihn ein bisschen nach hinten lämnen? Entschuldigung. Ja. Eine Maker. Eine 3? 3 die 6 Schaden. Also ich werfe noch aus. 3... 1... 2... 6 Schaden. Okay. Du... Burnst sie quasi drauf. Burning Damage. Ja, klar. Das hab ich mir vorhin schon gedacht. Ja, und das trifft auch super gut und du merkst nur da... Und von diesem Frosch bleibt im Endeffekt nichts mehr übrig. Und es ist einfach nur ein verdampfter Frosch. Dann dürft ihr den einmal umkippen, diesen Frosch. Ich kann ihn nicht richtig sehen, aber ich probier's. Ne, ich schaff's nicht. Jetzt. Und er hört so... Und aus den Weiten, dadurch, dass er durch seinen Glocken gerade wen angelockt hat, kommen auf einmal drei weitere Wesen. Mannshoch zu euch. Ich hätte mit 8 Zappen diesen scheiß Kampf in der Zahnaktion. Hier rum. Einer mit einem Dreizack, einer mit so einer Kampflanze, einer mit großen, langen Clownen dabei. Ihr merkt auch, aber auf den ersten Weg, das sind anscheinend alles verschiedene Völker. Aber alles so Meereswesen, die tatsächlich zusammen sind. Und einer dieser Dinger greift euch an dieser Stelle jetzt auch an. Und... Ich würd sagen, geht auf denjenigen, der gerade... Das ist der hintere. Der? Ne, das ist ja unsere... Genau, das geht auf den. Aber der Typ in blau. Genau. Der läuft da drauf zu. Kannst du mal gucken, was unten dran steht? Also unter dem... Ich muss gucken, welcher das ist. Genau, was da drunter steht. Da steht was drunter. Ja, da steht Sahu... Okay, dann weiß ich, welcher es ist. Ähm... Und der würfelt... Was sag mal? Äh... Aber du bist doch Tank-Magie. Ich bin Tank-Magie. Ja, stimmt. Das kann nicht alle Hit-Points, ne? Okay, dann kriegt er einen Vorteil gegen dich. Äh... Und greift dich mit deinem... Äh... Mit deinem Speer einmal an. Trifft eine... Zehn. Ich hab zehn Rüstungsklasse. Dann trifft die. Und... Macht hier... Sieben Schaden. Okay. Und... Dann nochmal mit seiner Klaue direkt hinterher. Trifft eine... Neun. Na, trifft nicht. Ja, und mit der Klaue verfehlt er aber dabei. Und babbelt dich aber auch an... In einer wieder anderen Sprache. Okay. Das war nicht zufällig... Nein. Okay. Moment, ich guck jetzt auch mal. Es war nicht zufälligerweise orkisch. Es war auch nicht orkisch. Sieht wirklich ein Elf. Nein. Wie sieht's mit dem Mittel aus? Dann greift derjenige an, der quasi als erstes direkt hinter dem Stein steht. Mhm. Na? Kannst mal gucken, was da drunter steht. Ich glaube, das ist der Seaspawn. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Äh... Koalind. Der Koalind. Okay. Äh... Der Kurlimpf. Der greift dich an. Mit, äh... Seinem Dreizack. Äh... Diesmal den, ähm... Das Schaf. Das Schaf. Ja. Du meinst Wildschwein. Das meine ich doch. Das Wildschwein. Und greift mit seinem Dreizack, den er in der Hand hat. Einmal an. Trifft eine Zehn. Das Wildschwein. Trifft eine Zehn. Ja, jetzt muss ich jetzt gucken. Warte. Äh... Wildschwein hat einen glaube ich AC von Elf. Aber ich kann mich irren. Warum ist ein Wildschwein stärker als ich? Dicke Haut. Dicke Haut. Wildschwein ist echt nicht übel. Ich nehme jetzt quasi einfach den Bohr. Genau, richtig. Einfach ein Random-Bohr. Hat eine Natural-Armor von Elf. Also trifft dich nicht. Und der Dreizack verhängt sich so ein bisschen in deinem borstigen Fell. Und dann so... Das war zwar ne Scheiße. Auf einer Sprache, die du tatsächlich verstehst. Weil es Kammen ist. Oh. Ja. Ähm... Und danach ist Modell dran. Äh... Riecht einer von denen besonders fischig? Alle riechen sehr fischig. Am fischigsten wahrscheinlich derjenige, der gerade tot ist. Der Froschi. Ja gut, aber der ist ja Geburtser. Der richtige Bratenerfisch, ne? Der ist wie Bratenerfisch, ja. Uh. Und der verbringt seinen Zug damit, den zu essen. Nein, wir... Äh... Wir versuchen mal den Kollegen, der da direkt vor mir steht. Mit dem... Mit dem... Piekser. Oder was auch immer. Ähm... Wir versuchen ihm ins Bein zu beißen. Ins Bein möchtest du ihn beißen? Ja. Okay. Dann versuch den mal ins Bein zu beißen. Also der dich gerade angegriffen hat, ne? Äh... Ja. Genau. Okay. Matt won? Okay. Oh, nicht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Du beißt nach unten und du hast einfach nur so eine Portion Schlamm. Der Mund. Es schmeckt aber so als Schwein gar nicht so schlecht. Okay, das sind schon mal keine Kampfwürfe, du hast. Das sind Adventure-Würfe, du kriegst noch Kampfwürfe. Es ist immer das gleiche. Und der ist einfach der unfähigste Kämpfer, den es auf diesem Planeten jemals gab. Wir hatten jetzt... Es ist jetzt der dritte Kampf. Den ersten habe ich Wimband in der Ecke gerettet. Damit ist der hier gerade los. Dann ist der hier gerade los. Den zweiten bin ich in der Gegend gelaufen. Oder das dürfte der Seaspawn sein, wenn ich das richtig bekomme. Der ist schon Seaspawn. Und jetzt geht's wieder los. Seaspawn? Genau. Der geht wahrscheinlich rein. Der geht rein auf den Mönch. Ich sehe rein gar nichts. Bin ich da richtig? Ich habe einen kompletten Stein davor. Auf den Mönch geht er. Ah, dahinter ist er. Okay. Also. Er babbelt auch nur vor sich hin. Er ist nicht gerade der Klügste, aber er sieht sehr, 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 sehr muskulös aus im Gegensatz zu den anderen. Und greift an dieser Stelle auch mit seinem Biss an. Auf dich. Trifft eine 14. Nee. Ja. Der Biss verfängt sich in deiner Robe. Und dann kommt aber noch ein Tentakel quasi aus ihm geschossen. Das ist auch Rüstungsrasse 15. Oh fuck. 15. Trifft eine 15. Ja. Der Tentakel greift dich tatsächlich am Hals. Und mach dir drei Schadenspunkte. Ja. Das ist süß. Außerdem bist du gegrappelt. Okay. Und der Tentakel hält dich an dieser Stelle direkt fest. Das heißt, du kannst dich Stand jetzt momentan nicht bewegen und die Angriffe... Ja, du bist einfach gegrappelt, ne? Uncool. Hier bitteschön. Der Grappelt. Der Grappelt. Der Grappelt. Der Grappelring. Uncool break. Du wurdest tentakelt. Wurde tentakelt. Ah, den Biss hab ich kommen sehen. Den Biss hast du wenigstens kommen sehen. Ja. Wenigstens das. Und damit ist Uruk dran. Mhm. Also man wird nicht glauben, was Uruk jetzt macht. Mhm. Ich glaub einiges. Aber Uruk rennt schreiend auf den Feind zu. Weg von Freunden. Ähm. Das ist natürlich Rage. Mhm. Oder Frenzy in dem Fall sogar. Und haut einmal drauf, weil es die erste Attacke des Kampfes ist. Das ist natürlich ein Reckless Attack. Mhm. Für Advantage beim Angriff. Aha. Oder eine. Ähm. Trifft eine nicht Net 20? Ja. Sie trifft. Okay. Cool. Dann mache ich solide 11 Schaden. Ja. Also du schlägst eben ordentlich den Arm ab, ne? Das bräuchte ich mir nicht. Also du machst mit deiner Arx. Und da wo momentan nicht seine Dreizack-Waffe ist, fällt auf einmal ein Arm zu Boden. Der guckt dich nur an. Du hast ihn anscheinend, deine Mutter beleidigt oder sowas. Und das war auch Absicht. Er guckt dich ziemlich böse an. Und ich gucke sehr, sehr böse zurück. Wenn Uruk eins kann, dann in allen Sprachen Mutter beleidigt. Und jetzt macht der Typ mit dem Netz ne Attacke. Kannst du den mal, der Typ mit dem Netz? Das ist der mit dem Netz? Der noch nicht angegriffen hat. Ja, das ist der. Der Purple Dude, ne? Das ist der Purple Dude. Der hat gerade sch... Stimmt, der hat noch keine Attacke gemacht, ne? Ach, oder mein... Ne, 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 genau. Hebt mal hoch, bitte. Den anderen. Ne, den anderen? Den. Das müsste ein Kuatau sein, meine ich. Das ist ein Kuatau-Tor. Okay. Äh, gut. Ja, der greift auch an dieser Stelle das Schaf an. Äh, dann läuft er sicher irgendwie... Ja, ich bin ein Wildschwein. Ich bin ein Wildschwein. Ich bin ein Wildschwein, meine ich doch. Ich bin ein Wildschwein, meine ich doch. Genau. Mit seinem, äh... Kleinen... Hat der ein Netz oder ein Speer? Äh, ein Haken und... Was ist das andere? Eine Zange? Ein, äh, chinesischer Menschengreifer. Ein Arschkratzer. Er greift mit dem chinesischen Menschengreifer an. So heißen... Oder? Waren das... Waren die aus China die... Eine 21? Ich... Mich? Ja. 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 Auf dich auf jeden Fall. Ähm, und... Deine... Damit bist du restrained. Und... Okay. Kriegst fünf Schadenspunkte. Restraint heißt, ich kann mich nicht bewegen, oder? Du bist gerade... Ja, und die, äh, Angriffe auf dich haben einen Vorteil auch. Woher weiß ich eigentlich, wie viel HP ich hab? Äh, da müsste bei Wildschwein irgendwo HP stehen? Ich gucke gerade. Ich muss erst mal gucken, wo der restrained ist. Diese blöden Dinger. Hitpoints 11. Hm... Wie viel Schaden? Fünf. Restraint. Ja, bitteschön. Kann ich mich... Was ist mit restrained? Kann ich gar nichts machen, oder? Was passiert dann? Restraint heißt... Ich kann's dir nochmal auch vorlesen... Restraint, ähm... Also, du wirst auf Null-Suite rausgesetzt. Du kannst aber gleich natürlich noch einen Stärke-Check machen, ob du irgendwo da rauskommst. Aus dieser Art Nets, die halt haben, oder aus diesem Grapple ist es ja jetzt für uns. Ähm... Die Attack-Worlds gegen dich haben Advantage, und deine eigenen haben Disadvantage, und du hast Disadvantage auf Geschicklichkeits-Sicherheits-Würfe. Okay, ich kann aber attacken, nur mit Disadvantage quasi. Richtig. Und wenn ich da raus will? Äh, du machst gleich, ähm, wenn du dran bist, einen... Mach ich immer mal dran. Genau. Du machst einen, äh, Stärke-Wurf quasi dabei. Ja, sehr gut. Okay. Ich hab ganz viel Stärke. Damit haben wir den Hoa Tau auch. Und damit fangen wir wieder bei Eid Latos an. Ach ja. Ja, äh, ich hab immer noch einen Tentakel um den Hals zu weh. Du bist Grappled, ne? Ich bin Grappled. Ja. Ich würd sagen, der Mann hat den Fehler gemacht, der Fischmann, und hat mir einfach sehr viel Angriffsfläche mit den Tentakels geboten. Mhm. Und dementsprechend würd ich jetzt einfach mit meinem Quarterstuff seitlich gegen die Tentakel, die mich hält, zimmern. Und versuchen, einerseits ihn zu verletzen und andererseits vielleicht die Tentakel davon zu bringen, mich loszulassen, indem ich einfach gegenflage. Okay. Dann kannst du das sehr, sehr gerne machen. Ich hab ne 22. Ja. Du schlägst den Tentakel und der lässt sich ursprünglich wieder los. Du kannst mir auch einen D4-Maler als Schaden machen dafür. Machen wir. Weil das ist ja auch ein Teil seines Körpers. Drei. Dann machst du ihm drei Schadenspunkte. Ich würd auch mit der mönchlichen Bonus-Attacke hinterher schlagen, mit der Faust. Mhm. Die Faust haut drauf. Eine 15. Ähm, das dürfte der Seaspawn sein. Das trifft ja. Die neun Würfel zahlen sich aus für dich. Dann geb ich nochmal vier hinterher. Das sind meine Würfel. Okay. Die bei mir nicht funktionieren. Ja, also du merkst, der Tentakel ist so ein bisschen blutender, aber der steht eigentlich noch wirklich gut. Also er ist wirklich der stabilste wohl aus dieser ganzen... Ich würd ihm noch hinterher rufen. Wir wollen nur den Linte, dann gehen wir wieder. Während wir den Frosch schon verbrottelt haben. Der Meister geopfert, schreit er dir hinterher. Und... Ist das Helm? Bitte? Ist der Meister Helm? Der Meister ist nicht Helm. Wir haben keine Helme. Und damit ist Matthäus dran. Ich hab mir grad nochmal Burning Hand genau durchgelesen. Alles im 15-Fuß-Radius wird angebrannt. Außer die haben Konstitutions-Safe-Throw. Das wär ich auch gewesen, ne? Dann kommt ja die Hälfte der Schaden durch wahrscheinlich, ne? Äh, genau. Sind das da alles 15? Sind die alle so im 15-Fuß-Radius? Ja. Dir auch, ne? Alle. Alle. Moment. Nicht alle, weil ich war noch zu weit hinten. Vermute ich, oder? Machen wir sie zurück. Weil ich war ja mal hier. Nee, mach ich nochmal. Achso, du machst nochmal. Ja, dann sind alle. Ja. Wir haben das quasi vergessen. Ja, wir müssen das mal durchlesen. Das Ding ist, das sind so viele. Und ihr habt ja alle eigentlich ganz guter P. Ich bin ein Schwein. Ja, ich spell mal ne Burning Hand. 14. Okay. Mit ner 14? Ja. Müsst du gegen jeden einzelnen, oder einfach nur? Jetzt muss jeder Konstitutions-Safe-Row machen. Wir müssen ne 14 saven gegen. 14? Ne 14, okay. Wieso ist das so viel? Müsste ja ne 14 sein, oder? Ja, sonst Konsti, ja, ja. Wenn du sagst, ist das dann, spell dich sie? Ja, ja, ja. Dann ist das dann richtig. Ja, ja. Der Grund ist tot. Was sind Konsti-Safers? Ich hab's. Ich hab 50. Willst du vielleicht mit der Kamera mal auf meinen Links gehen? Nein! Nein! Ben? Kubat? Ah ja. Geh doch mal mit der Kamera auf meinen Quächer. Ich mach's dir gleich direkt. Ja. Mach's dir gleich direkt. Cool. Er macht's mir. Ich mach's dir gleich. Ich muss erst für die anderen auch noch würfen. Okay. Außer der Seaspawn verkacken bei denen alle. Und wir haben hier eine Würfel von... Ich guck mal ganz, ganz kurz durch. Das ist nicht... Das ist das, was ich hatte. Und da muss ich mal gleich die 5 drücken. Oh! Wurde ranzoomen! 7. Ne. Nicht 7. Ist ne 1! Das ist ne that one! Ja, das ist scheiße. Ja gut, dann hast du es auch... Ist das doppelter Schaden? Auf jeden Fall ist es doppelter Schaden, ja. Du kriegst auf jeden Fall... Ja gut, du kommst dann ja aber in der Originalform zurück, oder nicht? Jaja, klar. Ohne Schaden. Mit dem Schaden, der ja dann durchgeht noch, ne? Das ist ja halt nicht schlimm. Okay. Also, Timo, du machst 6 mal den 6er Würfel und kriegst den Schaden dann? Ich mach das doch, oder nicht? Ich würfel doch der in der Match. Stimmt, ja, stimmt. Du hast vollkommen recht. Bei wem soll ich anfangen? Bei Timo oder bei unseren Gegenden? Wir machen alle zusammen und dann machen wir einfach das Doppelte dann bei Timo als Schaden. Okay. 2... Warte, 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 warte. Ja. 5. Ja. 9. Es sind 18 auf ihn. Sind es 3 D6? Ja. 3 mal D6. Okay. Und Fire Damage offensichtlich halt noch. Ja, klar. Das ist Fire Damage. Das ist vielleicht sogar ganz gut für die Seeleute. Ja. Stimmt. Aber ich seh jetzt gerade nicht, dass es bei denen irgendeinen Unterschied macht an Damage Immunities. He chose the nuclear option. Ich dachte, ich steh euch alle mit. Dann machen wir als erstes mal eure Gegenspieler, weil da der Seaspawn, der hat es geschafft. Erstmal habt ihr widerstanden? Ja. Ja, knapp. Okay, alles klärchen. Du auch? Ich möchte... Hast du auch widerstanden? Ich bin Spell, das Ding. Der ist egal. Ach, ich muss... Natürlich, klar. Ich muss mir selber widerstehen. Ja, klar. Du bist doch da. Du brutzelt da alles weg. Ich brutzel. Ich brutzel. Ich brutzel. Ja, nee. Ich bekomme auch einen neuen Schaden. Okay. Nicht ja? Ja. 100 Prozent. Er ist auf eine Area oder um dich rum? Ja. Das ist doch interessant, oder? Er hat es auf die Area da gemacht. Ja, aber... Das ist ja wohl um mich herum. Das ist ja wohl... Wenn es nur um ihn rum ist, würde er sich doch bestimmt nicht... Genau. Also, you hold your hands with thumbs. Das heißt, du... Ne? Touching and finger spread. Ja. Range self. Das ist nur self. Und dann einen Cone, der so ausgeht. Ach so. Dann trifft er sich doch nicht selber, oder? Stimmt. Du hast vollkommen recht. Ich dachte, das wäre eine Area. Aber es ist ein Cone. Dann trifft er halt auch nicht uns. Dann trifft er... Ja, ich würde sagen... Also, Uruk wird er auf jeden Fall treffen. Wird er auf jeden Fall nicht treffen. Aber ihn treffe ich. Ja. Ja. Ich bin im Weg. Also, egal was passiert, du wirst ihn treffen. Die haben sowieso bestanden. Also, brauchen wir nicht rumdiskutieren. Okay. Auf jeden Fall alle Schaden. Wo habe ich jetzt meinen Stift denn? Da habe ich meinen Stift denn dabei. Gut. Der Seaspawn kriegt nur die Hälfte. Das heißt, das sind auch... 4,5... 5 Schaden. 5 Schaden. Das heißt, der minus 12. Aber der steht noch wie eine 1 dabei. Die neuen Schaden aber auf den Sao gehen. Ähm... Der sieht gar nicht mehr so gut aus. Also, der sieht wirklich nicht mehr so gut aus. Der als erstes angegriffen hat. Der... Mit dem... Der dunkelblaue. Der sieht sehr stark verletzt aus. Ein bisschen angekokelt. Es riecht auch je nach Fischstäbchen. Ah, lecker. Ja. Hat jemand trocktes Brötchen dabei zu frisieren? Richtig lecker. Ja. Äh... Der Kuatau. Auch der wird noch stehen. Aber auch der ist schon auf jeden Fall einigermaßen mitgenommen. Und der Kuatlin. Den habt ihr bisher 2 Schaden nur gemacht. Ja. Ja. Auch der sieht nicht mehr so super fresh aus. Auf jeden Fall. Nicht so fresh, aber knusprig. Ja. Die sind alle so ein bisschen angeknuspert aus. Außer halt der Seaspawn. Der hat zwar auch seine 12 Schaden insgesamt bekommen, aber der sieht noch relativ... Der hat richtig schön Tor danach. Genau. Richtig. Ähm... Und damit auch... Ähm... Ja, Matthäus, willst du noch etwas sagen zu deinen Kollegen? Na, ich nehme an, er hat Wildschweinbraten gemacht, ne? Ja, ach so. Von dir, ja. Wie viel Schaden hat er... Wie viel Leben hat er dann noch? Ja... Sechs. Also keine 18. Okay, und 12 Schäden Lebenspunkte bekommt dein Typ wieder noch ab. Wo? Echt? Ich krieg das noch über? Ja. Das ist übel. Tori, ich hab dich mal wieder nicht gesehen. Dann nehmen wir das mal weg schonmal. Und auch du putzelst und es riecht so ein bisschen nach Bänken. Echt? Jetzt bin ich... Bin ich denn wenigstens jetzt anrestrained oder... Liegt dann dein Punkt Schwein oder verschwinde das einfach? Du bist anrestrained, ja, ja. Also das Restrained ist wenigstens weg. Du kannst mir den Restrained übrigens auch weggeben. Ist das echt so, dass ich den Over-Damage abkriege? Mhm. Wie fies ist das denn? Warte mal. Willst du mir die beiden Ringe, kannst du mir auch geben. Den Grappled Ring mittlerweile auch. Also der wird dich nicht mehr gegrappled. Den sehe ich dann einfach nicht. Oh doch, jetzt warte. Wollen wir das hier mal beiseite tun für uns? Lass einfach da liegen. Alles gut. Okay, gut. Damit ist der Erste wieder von denen dran. Der dreht sich mittlerweile zu dir um, weil du ihn vorhin angehauen hattest. Und schlägt mit seinem einen Arm noch zu. Trifft eine 15. Gegen mich hat er Advantage. Warum? Weil... Stimmt, Reckless Attack. Ja, aber würdest du wieder so treffen, das ist keine Net 20. Dann trifft er. Okay. Und gegen dich wird er eine Multi-Attack auch nochmal machen. Das hat funktioniert. Easy going. Erstmal mit seinen Klauen versucht er dich wieder... Ich vermute das Slash Damage, also Hälfte für mich. Jaja, Slash Damage mit 5 Schaden. Also 3. Also 3. Okay. Und dann versucht er noch mit deinem Speer einmal zuzustecken. Mhm. Und... Warte. Erstmal hier mit werfen. Trifft eine 7. Nö. Okay. Ja und dann... Hast du dein Advantage drauf gepackt? Ne. Das ist sehr gut, dass du mir das sagst. Trifft eine 10. Nö. Ja, dann trifft er nicht. Schade für ihn. Ja. Gut. Aber er spuckt dir noch ins Gesicht. Ist das wirklich so Spuck oder weil er aus dem Wasser kommt so mehr Salzwasser? Ja. Der ist schon salziges Spuckwasser. Er ist ja ein Salzwassertier. Ja. Muss man ja dabei nochmal sagen. Gut. Danach ist der Kolint, der Nächste, der quasi mit dem Netz... Das ist richtig. Und er dreht sich an dieser Stelle zum Mönch um. Er dreht sich. Er ist am Drehen. Er dreht sich zum Mönch um. So. Und er brabbelt dir auch ins Gesicht. Ihr werdet stirben! Ihr werdet stirben für den Meister! Trifft eine 17. Was macht er? Schießt der auf mich oder stehe ich dazu? Mit deinem Dreizack? Ah, mit deinem Dreizack. Mit deinem Dreizack. Und macht dir mit diesem mächtigen Dreizack auch direkt 5 Schadenspunkter. Und du merkst, dass du so ein bisschen auch in deiner Hüfte stecken bleibst. Blut sprießt raus. Die Wellen, die Brandung noch dabei. Du merkst alles viel, viel intensiver, weil es tut tatsächlich weh. Genau, so. Ah, toll, guck mal. Ich habe keinen Dreizack gefunden. Damit ist Odell Silicon dran. Okay. Ich bin ja wieder in meiner alten Form. Kann ich als Bundesaktion einen Halbhand nehmen? Ja. Das geht, ne? Den würde ich auf jeden Fall als erstes nehmen wollen. Gluck, 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 gluck. Das sind 2D4 plus 2. Warte. Warte. Ah, ich kann den schönen Heildrang nehmen. Das ist ja geil. Warte. Haben wir noch sicherlich eine schöne... Mach mal so. Ich hätte ihn jetzt ja reingestellt quasi. Ich glaube von oben sieht man das eh nicht. Äh, das sind 5 plus 2. Mhm. Und 7 HP. Dann machst du dir 7 HP bitte mehr. Das sind dann 16 habe ich dann wieder. Und dann möchte ich gerne Moonbeam kasten. Das ist einer meiner neuen Spells, die ich so gekriegt habe. Oh boy. Ähm, damit habe ich einen 40 Fuß hohen Zylinder auf einen Punkt, der einen 5 Fuß Radius hat. Du weißt auch, dass der die Leute um ihn rum, ne? Auch deine Freunde dann... Jaja, aber 5 Fuß Radius ist nicht so wahnsinnig viel. Das sind halt ein Feld um dich rum. Genau. Das heißt, ich kann die quasi so auf zwei Leute setzen, würde ich zwei erwischen, oder? Sag mal, das ist ein 5 Fuß Radius. Wen würdest du... Wie viel sind denn 5 Fuß? 5 Fuß sind ein Kästchen von euren Figuren auch ungefähr. Also genau. 5 Fuß sind eine mittelgroße Figur. Ja. Kann ich den jetzt nur auf den oder auf den oder kann ich den so dazwischen setzen, dass die beides abkriegen? Ne, nur auf einen. Warum hat das dann überhaupt ein Radius, wenn man nur eine Figur damit treffen kann? Damit es genau gezeigt wird, dass du wirklich nur eine Figur damit treffen kannst. Oder zwei kleine zum Beispiel, wenn die nebeneinander stehen. Oder vier tiny. Ich hatte halt gehofft, dass da zwei nebeneinander stehen vielleicht. Oder achtmal zwei nebeneinander stehen, vielleicht. Wenn man halt mehr hintereinander stehen, dann kannst du halt draufhalten. Ne, das ist... Das ist so von oben so ein... Ach, das ist von oben. So ein Orbital Strike quasi. Ich weiß nicht, warum das ein 40 Fuß hoher Kone ist. Also wahrscheinlich, wenn die Leute übereinander sind. Dann kann man die erwischen, aber... Das ist doch doof. Warum hat das... Also fünf Fuß Radius ist wirklich nur einer, ja? Mhm. Du musst ihn auch immer wieder bewegen, wenn die sich draus bewegen und sowas, ne? Ja. Kann ich hier wie so einen Laserstrahl her setzen oder so. Ja, der hat eine bestimmte... Dann musst du mal gucken, wie weit du den quasi bewegen kannst. Aber möchtest du das gleich zwischen den Runden machen, nachdem du den gesetzt hast, Timo? Ja. Es ist halt auf dem Punkt. Kann... Ja. Es ist halt... Es klingt so, als ob man es nur auf dem Punkt macht. Dann lass uns erstmal Uruk machen. Uruk ist simpel. Ich bin noch gleich soweit. Ich bin noch... In each of your turns, after you cast a spell, you can use an action to move the beam 60 feet in any direction. Aha. Also wirklich wie so ein Laserstrahl von oben. Genau. I'm firing my laser. Ja. Schub der Moop mach ich. Okay. Dann nutzt du den. Ist ein Level 1 Spell, ne? Level 2 Spell. Level 2. Okay. Und zwar auf einen Punkt. Wir machen das mal auf den Stinker hier. Mhm. Mit der Greifzange. Der lila. Und der muss einen Consti Savings Throw, glaub ich, machen. Sehe ich das richtig? Es geht um Moonbeam. Ähm. Ja, ja, war Consti Savings. Äh, Consti Savings, ja. Okay. Und was muss ich da... Muss ich da noch irgendwas beachten? Ne. Äh, die 2d10 musst du gleich werfen. Okay. Ja, aber wenn er hittet. Wie hoch ist dein Spell DC? Das weiß ich nicht. Das hast du dir sicherlich aufgeschrieben. Na, da hab ich nix hingeschrieben, glaub ich. Ist Proficiency Bonus plus 8 plus... Wisdom müsste das bei ihm sein. Ja, ja. Ist egal, ob's Wisdom oder Intergenz ist, gleich bei ihm. Ja. Dann ist es ne 12. 12? Okay. Dann muss er auf den 12 kommen. Es ist ne 7, das heißt, er schafft's nicht. Das heißt, du kannst zweimal deinen d10 würfeln. Okay. Für den Schaden. Das ist ne 10. Das ist der 10er. Ne 0? Das sind 10. Ach, sind 10. Okay. Und... Noch nur 10. What the fuck? Ja. Das ist ne 10. Ob ich die Death Laser. I'm a Viringer Laser. Super Whoop! In der Höhle, sich quasi im Himmel durch das Gestein so ein kleines Leuchten im Radius von 5 Fuß sich ausbreitet. Und ein glänzend heißes Licht, damit hättest du nicht gedacht, was da auf einmal bei rumkommt. Auf dieses Ding, auf diesen eigentlich doch stärksten Typen überhaupt da runter geht. Und auf einmal merkst du, du siehst es nicht, es ist strahlend hell. Und als du so nachguckst und sich die Augen an dieses Licht gewöhnen, wirklich alle sind... Was passiert? Ist da einfach nichts mehr da drin. Es ist vaporisiert. Das Ding ist einfach verschwunden. Ja, es ist komplett wegdeleted. Horst Laser in den Chat, Leute. Du merkst auch, dass die Leute und euer Gegenspieler gerade leicht angefressen gucken. Ich hab halt wirklich... Das kann nur Helm! Euer Gott kann sowas nicht, ne? Ich hab halt wirklich ein Horst Laser Emote, ne? Ja. Ich will nur mal, dass ihr es schon mal gesehen habt. Der ist wirklich weggelasert. Okay. Das ist ein Schub der Whoopie Emote. Damit ist Uruk. Und Uruk, ich kann dir sagen, selbst du bist sehr beeindruckt. Natürlich bin ich beeindruckt. Du weißt auch nicht, was gerade passiert ist. Weil es ist einfach nur ein Licht. Du kannst es nicht mit ihm in Verbindung bringen. Aber es ist eine Gottes Eingebung. Und er fühlt sich richtig inspiriert davon, noch toller drauf zu hauen. Gib mir mal mal einen Angriffswoche und Vorteil jetzt. Was hältst du von einer 17? Trif. Bist du ein Fan von... Wie viel Fan ist der von... Das ist eine 8 plus eine 3 sind 11 plus 2 von 13 Schaden. Du schlägst ihm diesmal den anderen Arm ab und er guckt dich noch kurz in seinem Moment noch an und fällt einfach vorne über. Jetzt hieß es bei der Flash Wound. Der hier. Und das war es natürlich noch nicht. Denn ich kann auch laufen und wieder angreifen an Level 3. Ich denke so rum, weil wir wollen nicht durch diesen merkwürdigen Mondstrahl... Der Laserstrahl ist übrigens noch da, ne? Hi. Und hau nochmal drauf. Dann hau mal drauf. Mit Franzie Attack und das ist eine 16. Äh, das dürfte... trifft. Mhm. Und das sind auf den nochmal 13 Schaden. Ja, du schlägst ihn wieder. Und auch von ihm... In der Mitte durch. In der Mitte durch. In der Mitte durch. In der Mitte durch. Der Gebrützelte ist jetzt nicht nur brützelig, sondern auch tot. Und damit steht auch nur noch ein einziger Gegenspieler von euch. Und damit ist Atlatus wieder dran. Das war nicht der, der kommen spricht, oder? Alle sprechen so ein bisschen kommen, habe ich das Gefühl. Doch, der spricht kommen. Das ist die Rache von Gott Helm. Wenn ihr uns nicht zu Lind führt, wirst auch du von Helm zerstört werden. Wer ist Lind? Linden. Linden. Wer ist Linden? Der Typ mit dem dummen Hut. Den hat er jetzt auch. Wollen wir dann wissen, wie der aussieht? Habt ihr den gekittelt? Den habt ihr doch mitgenommen. Das ist unser Opfer. Für den, unseren Gott. Ja, aber Helm ist der einzig richtige Gott. Kann euer Gott das dauern? Zeigt auf den Laserstrahl. Nein, der kann aber irgendwie noch krassere Sachen als du. So. Wenn ich euch zu ihr bringe, dann werdet ihr euch waffen. Er will mich aber verschonen, oder? Bin nicht fair, leg die Waffe weg und wir fesseln dich und dann bringst du uns hin. Dann lassen wir euch danach aus. Er wirft sein Speer weg. Er wirft sein Messer weg. Er zieht seine Hose langsam aus. Die kannst du anwaffen. Okay, okay. Wir Meereswesen haben es nicht so mit angeben. Uns ist das egal. Okay. Okay. Gut, und damit ist der Kampf dann auch beendet. Ja, ihr habt die Handlangers komplett aus dem Leben gepölt. Und dieser Seekreatur guckt euch an. Was wollt ihr denn jetzt? Ihr wollt lintern. Ja. Der Mann. Das Opfer. Das Opfer. Holzhüller. Der ist da über die Brücke. Müsste einfach nur weiter gehen. Hm. Wollen wir den mitnehmen als Gefangene, Freunde? Weil wenn die ein Opfer brauchen und er seinen Gott so toll findet, dann legen wir ihn doch einfach aufs Opfer. Entschuldigung. Und der kriegt mich einfach nur den Laserstrahl an, den er erschaffen hat. Der Schwein da? Oder ist der einfach zurückverwandelt? Der ist zurückverwandelt. Und du hast ihn auch weggebrunst. Ach, da liegt jetzt noch ein gewusstetes Schwein. Nee, aber ich schneide mir vom Froschi die Froschsenkel ab. Ich schneide sie gerade ab und der Überlebende kommt nicht. Wir können noch nicht mit einem Lebeweg jetzt mit den Weinen essen. Na gut. Uro, willst du auch was? Aha. Okay, gib mir mal einen Survival-Check. Du auch, ne? Du hast auch gegessen gerade. Mir hat ja noch nicht gesagt, dass ich ihn machen soll. Aber ja, ich würde auch abbeißen. Dann machen wir mal bitte einen Survival-Check. Gar kein Problem. Jetzt 15. Warte mal, wir haben dafür eine Kamera. Dann gucken wir mal. Du warst die Eins. Was hat der hier gewürfelt? Langsam. Warte. Oh, was könnte es denn sein? Wer hätte es gedacht? Es ist eine Natural One. Es ist eine U-Bug-Ein. Ja, du merkst, dass dieser Frosch ein giftiges Lebewesen war. Na schau da. Das ist nicht so schön. Und du hast ziemlich viel davon gegessen. Du würfelst mir bitte einen D10 jetzt. Ich bin 15 gar nichts. Ich habe einen Eisenmagen. Du merkst das relativ früh und spuckst das auch wieder aus. Eine Eins. Also eine Eins von dem D10. Ja. Okay. Du hast einen sehr, sehr kräftigen Magen. Natürlich. Du hast in deinem früheren Leben schon öfters mal mit Meerestieren hantiert. Deshalb Käpt'n. Und ja, du nimmst das, hast so leicht Magengrummel und so. Als hättest du viel Kohlensäure getrunken dabei. Und der Typ guckt dich an. Warum seid ihr nicht tot? Uruk hat oft mit Quadratfisch gearbeitet. Okay, man. Ihr seid komische Leute. Der Tentakelfuzzi, der haben wir nicht leben lassen, oder? Bitte? Der Tentakelfuzzi ist tot, oder? Ist das der, der lebt? Der ist tot. Ich will noch ein bisschen Tintenfisch mit. Oder Optoport. Was auch immer. Ihr könnt das doch nicht machen. Ich schneid's mir halt ab. Okay, du schneidest den jetzt ab. Weiß ich, aus Erfahrung mit Meerestieren, ob der auch giftig ist? Dann fangen wir mal auf Survival. Survival? Ne, doch auf Survival doch. Survival, das ist wahrscheinlich Überlebenskunst. Toll. Ähm, bist du dir nicht ganz sicher? Uruk! Ist der sicher? Komm, wir probieren's nochmal. Okay. Ich krieg gar nichts mit. Ich guck ja mal Lasersprache. Okay. Wird mir beide bitte einen Survival-Worf. Neun. Neunzehn. Neunzehn. Gut, du spuckst das wieder aus. Du merkst, dass die Tentakel... Du wirkst so ein bisschen an den Tentakeln. Du fängst dich dann an zu übergeben. Okay. Aber mehr passiert auch nicht. Ja, das ist okay. Damit können wir arbeiten. Und wenn ich fertig bin, geh ich zu dem rüber und piekst ihn so mit der Axt ein bisschen. Gut zeigen, wo Holzfäller. Los! Geht einfach über die Brücke. Aber lasst mich hier... Oh, du verrückte. So vorgehen. Da fressen ihr alle eure Gegner. Ahhhh. Manchen auch nur Arm abnehmen. Zeig dir mal den Arm, den du mitgenommen hast. Und ich zeig ihm das Tattoo. Hübsch, oder? Ja, und der versucht wegzulaufen. Ich würde ihn versuchen festzuhalten. Okay, dann gib mir mal bitte Geschicklichkeit. Oder Athletik am besten. Athletik oder Akrobatik? Eins von beiden. Machen wir mal Akrobatik, hab ich nicht dran. Hört der nicht. Du hält ihn so an seiner glitschigen Haut, aber du kriegst ihn auch fest. Lass mich in Ruhe, ich will nicht sterben. Du musst ja auch nicht sterben. Du sollst uns nur zu deinem Gott führen und ein bisschen was erklären. Es ist immer gut, wenn man lokale Ortskundige dabei hat. Wenn ich euch da hinbringe, dann wird er mich umbringen. Ah, du nicht zeigen sterben. Du komm und... Äh, vielleicht sterben. Ich kann's dir nicht sagen. Was für ein Liebewesen bist du nochmal? Ich? Ja, du. Völlig ungenießbar. Guck mal unten drunter. Und dann sag's mir nochmal. Das ist auch... Ko... Koalind? Erster Koalind. Koalind. Okay. Espa. Ja genau. Ich bin eigentlich ein Koalind. Die Espa. Wenn er es nicht hinbringt, wir können ihn doch in den Laser schmeißen. Ein sehr zufriedener Halblicke. Ihr seht doch auf einer Seite, wie Uruk gerade so ein Stück Tentakel gerade so fett hält. Es riecht auch sehr angenehm dabei. Ich bin ein Koalind, habt ihr noch nie von uns gehört? Wir kommen nicht von hier. Wir sind Meereskreaturen. Wir sind ein ganz normales Nomadenvolk. Eigene Götter haben eigene Religionen. Meckt ihr wie Hühnchen? Man isst uns nicht. Das ist Kannibalismus. Das sollte man nicht tun. Das ist so, als würdet ihr ein Elfen fressen. Uruk. Nur Kannibal, wenn Uruk essen. Wörtet ihr ein Elfen essen? Aha. Solange nicht Uruk? Er versucht wieder wegzurechnen. Beziehungs mal, Uruk würde einfach so da ihm an die Schulter greifen. Wir haben einen Athletik geworfen. Aber mit Advantage. Dann biete ich dir eine 24. Ja. Bitte tötet mich nicht. Ich will nicht gepressen werden. Ihr seid doch verrückt. Du zeigen Weg. Dann lassen wir am Leben. Ich hab euch gesagt, geht einfach über die Brücke. Ihr könnt das nicht verfehlen. Du laufen vor. Die Ohren überzeugen. Überzeugen? Das kann ich überzeugen. Oh, halbwegs. Er liebt ihn. Okay. Aber ihr müsst mich am Leben lassen. Aha. Und ich pikse ihn so mit der Axt ein Stück vor. Okay. Er geht mit der Axt nach vorne. Und ihr bewegt euch so langsam über die dort anwesende Brücke. Geht auch über die Brücke. Ist da irgendwas in der Gegend, was irgendwie flammbar aussieht oder so? Nein. Es ist wirklich einfach eine sehr feuchte Höhle. Eine sehr feuchte Höhle. Sie ist durchaus, also ist alte Ruin und sowas nochmal dabei. Also diese Torbögen, die ihr hier seht, sind, die ich euch jetzt gerade nicht zeigen kann, weil wir machen das jetzt nochmal hier. Diese Torbögen, die ihr hier seht, sind schon uralt, sind schon so halb verfallen. Auch die Brücke sieht sehr moosbewachsen aus, muss man dabei sagen. Es sieht so aus, als wäre hier eigentlich... Also das, was an Zivilisation da war, das ist schon sehr sehr lange weg. Aber es ist nicht brennbar, es ist eher alles sehr feucht. Hat er überhaupt, dass ich irgendwas... Na gut. Dann nicht. Hat er überhaupt, dass ich was finde? Willst du wieder eine Drachenschuppe finden? Nicht, wenn wir was anzünden. Wenn der Laser schon läuft, muss man was anzünden oder nicht? Das ist doch kein Flammenschaden, oder? Also... Ne, der ist mehr oder weniger verpufft. Also vielleicht kann man das wie so ein... wie so ein... wie so ein Lasercleaning, weißt du? Vielleicht kannst du dir das Moos von der Brücke machen. Ja, jetzt wo du sagst, ich brauche mal wieder ein Resilient Vaxing. Kannst ja mal da reinlaufen. Sparsensalber. Gucken, ob du danach noch Haare hast. Bitte nicht. Ja, er geht weiter. Wollt ihr mit demjenigen sprechen, während ihr weitergeht? Ja. Guter Herr, den wir definitiv nicht aufessen werden. Nalion. Mein Name ist Talion. Hallo Talion. Ja, hallo. Atlatus. Ich bin Anhänger der Partei, die dich von uns nicht aufessen möchte. Ich werde alles dafür tun, dass du nicht verspeist wirst. Ich habe noch nie Leute gesehen, die uns auffressen wollen. Erstaunlich oft reden von... Nicht essen, wenn nicht essen. Hm. Ich wollte nur fragen, welche Gottheit betet ihr denn hier unten an? Und ist es nicht auch barbarisch, einen freundlichen, netten Hafenarbeiter dieser Gottheitsopfer? Naja, wir beten nicht wirklich direkt wen an. Wir wollen ihn wieder auferwecken. Oh. Zusammen mit Jesaja, unserem Führer. Hm. Hat Jesaja beschlossen? Jesaja. Jesaja. Jesaja war einst einer wie ihr. Ein Mensch. Aber er hat sich durch die Kräfte des Großen verändert. Er hat uns angeheuert, ihm zu helfen. Und nun sollen hier euer Eins, unser Eins und alle Leute, die ihm nicht gehorchen, geoffert werden. Das finde ich ja gar nicht mal so gut. Mir auch nicht. Aber A bezahlt er gut und B ist es für uns eine Möglichkeit zu überleben. Der bezahlt? Euer toter Anführer bezahlt? Was? Toter Anführer? Wie? Ich bin verwirrt. Nein, ich meine Jesaja, der lebt noch. Ach, Jesaja lebt noch. Jesaja lebt noch. Jesaja will Gottheit erwecken. Ah, okay, okay. Wie heißt diese Gottheit? Es ist der Unbekannte. Der Unbekannt? Der Dunkle. Aha. Steht ihr in irgendeinem Verhältnis zu Helm? Nein. Okay. Also du kennst das nicht. Du kennst keinen Gott, der der Dunkle oder sowas heißt. Okay. Ja, ne, dann weiter geht's. Ich möchte euch nur einmal sagen, wenn ihr ihm begegnet, wenn ihr Jesaja begegnet, müsst ihr ihn umbringen. Sonst wird er euch das gleiche mit euch und mir tun. Ja, wir haben Uru, das passt. Aha. Hey. Nimm mal. Wenn Matthäus uns nicht diesmal mit anzünden, ist alles gut. Ey, dich hab ich nicht mit angezündet. Ich gebe also, Odell wandert mal so kurz eben an die Seite und pinkelt in den Fluss. Okay. Ja, wenn er pinkelt, nehm ich dann meinen Hals, den brauche ich immer von da. Ja. Ja, ich überleg auch mir meinen Heidrank noch einzuflüßen. Wir könnten auch rasten. Ja, aber nicht, dass dann der Typ geopfert wird. Mhm. Er rastet, er rostet. Wir haben nämlich Zeit auf nem Schiff verschwendet. Unser Magier könnte auch mal kurz einen Spellslot wiederherstellen. Gib mir deinen Würf. Hab ich schon. Achso. Ich wusste nicht, dass ich mir das ansagen muss. Ja, damit man bitte die DM auch checken kann, dass du garantiert betrugst. Ah. Ah, ich hab ja nicht betrug. Was hast du denn geworfen? Ich muss das würfeln? Nein, geht grad um den Halskrank. Achso nicht. Ne 5. Plus 2, 10 Kran. Ne 7 dann. Ja, dann hast du 7 Hals und dein Lebensraum kommt ja wieder. Du fühlst dich deutlich erfrischter. Einige Wunden von dir schließen sich. Und lustigerweise auch der Zahn, da der jetzt eingesetzt ist und der seine Arm Zahnfleisch ist, dadurch, dass sich das Zahnfleisch auch wieder weiter schließt. Der ist nicht eingesetzt. Der ist im Bauch vom... Ach, stimmt ja. Nevermind dann. Dein Zahn ist immer noch draußen und du lispelst auch noch ein bisschen. Das ist ganz schön nervig. Aber ansonsten geht's dir wieder relativ gut. Matthäus, ich hab noch was anderes hier in meinem Mantel. Ui. Ich geb mal meinen Mantel auf. Ich hoffe, es ist was Gutes. Es ist was Gutes. Also ich weiß nicht, wie gut es ist. Aus der gleichen Zwergenmine, auf der ich den Kaugummi hab, der dir vorhin so gut geschmeckt hat. Ja. Hab ich hier noch einen Trank. Und du siehst in dem Trank eine durchsichtige Flüssigkeit. Ja. Und eine kleine blaue Blase, die immer größer wird. Grün oder rot hatten wir. Ich hab noch blau. Wir haben ein blauer Trank bei Blubberblasen. Ah, ich hab einen blauen Blubberblasen-Trank, der durchsichtig ist. Uh. Und einen Trank mit einer grünen Blase, die größer wird und dann wieder kleiner wird. Das hört sich spannend an. Ich hab keine Ahnung, was die beiden machen, aber vielleicht hätten die mit deinem Zahn. Uruk, was denkst du? Äh, trinken. Kannst du mir einen Cocktail machen aus beiden zusammen? Ich kann dir beide geben und du kannst ja, wenn wir kurz davor sind, die Gottheit zu treffen, kannst ja beide trinken. Ich nehm beide und trinke direkt. Okay. Ich reiche mir die beiden Sachen. Ich geb dir jetzt diese beiden Karten und du darfst das selber vorlesen, was die machen. Was hast du dem gegeben mit dem Blubberblasen? Vielleicht ist das ja ein Zahn-Wachstumstrank. Wachstumsmittel. Gut, dass Ben für Notfälle immer Zahn-Wachstumstränke auskommt. Wenn man sie mal braucht. Der blaue Trank, was bewirkt er? Du darfst das einmal ganz kurz gucken. Der blaue Trank, der muss sich verkeilt. Kannst du bitte zeigen, der glaubt ja mir nie und nimmer, dass das ein Unwachstumstränke ist. Mit dem blauen Blubberblasen. Siehst du das? Warte, wir machen das nochmal hier. Kannst du das mal wieder zeigen? Das ist Storytelling, das ich von selber schreiben kann. Was versteht ihr da drauf? Wenn du diesen Trank zu dir nimmst, bist du eine Stunde lang unsichtbar. Alles, was du an dir trägst, ist ebenso unsichtbar. Deine erste Attacke hat einen Vorteil. Attacken gegen dich einen Nachteil. Es geht auch nicht weg, wenn du angegriffen wirst, oder? Nö, anscheinend ja nicht. Du merkst, dass er sehr klein wird in diesem Moment. Moment, äh, nicht klein wird. Unsichtbar wird. Er wird durchsichtig. Äh, und genauso wie vorher. Er ist aber nicht so durchsichtig, dass du wirklich unsichtbar bist, sondern eher so wie der Predator. Oh, ich kann das überhaupt gar nicht. Und der andere Trank, der mit dem grünen Punkt hast du gesagt, das ist der Trank der Sichtbarkeit. Der Minderungstrank. Das grüne in der Flüssigkeit des Tranks dehnt sich kontinuierlich von einer winzigen Perle aus, um die klare Flüssigkeit um sie herum zu färben, und zieht sich dann zusammen. Das Schütteln der Flasche unterbricht diesen Prozess nicht. Die Größe des Ziels halbiert sich in allen Dimensionen, und sein Gewicht wird auf ein Achtel minimiert. Dieses Schrumpfen mindert die Größe um eine Kategorie, zum Beispiel von mittel zu klein, bis zum Ende des Zaubers hat das Ziel außerdem einen Nachteil bei stärke Prüfungen und stärke Rettungswürfen. Die Waffen des Ziels schrumpfen ebenfalls, um zu seiner neuen Größe zu passen. Während diese Waffen kleiner sind, verursachen die Angriffe des Ziels mit einem 1d4 weniger Schaden. Geht das für Zaubersprüche? Nein, Zauber sind normal. Okay. Also bin ich jetzt klein und unsichtbar. Und merke auch gerade, und da wird dieses Flimmer. Das wird nicht geholfen! Genau, die Stimme wird auch ein bisschen heller dabei. Jetzt bist du für locker. Was habe ich geschrieben an Dauer? Ist der eine Stunde dabei? Bei dem anderen steht nichts dabei? Wie viel ist er halb so groß? Es ist eine Achtel. Ne, eine Achtel ist so schwer. Nee, es steht gar nichts bei von der Länge. Ja, habe ich nicht, aber es ist eine Stunde lang. Mittel auf klein. Immer noch größer als ich. Es ist ungefähr genauso groß, sagen wir mal. Mein Zahn hat immer noch weh! Es sieht wirklich sehr, 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 sehr... Da hängt Raum von einem Bordspiel. Oder mein Wechsel ist... Sehr interessant aus, was da gerade passiert. Und der Typ guckt euch auch wieder an. Dabei... Ähm... Das macht er öfter. Interessant, interessant, interessant. Soll ich schon mal vorgehen? Ja, aber ganz unerfällig. Das kann ich! Nicht so wie Uruk! Ja, dann bleiben die wohl stehen und ich geh mal vor. Okay. Du gehst... Wir bleiben wirklich stehen oder... Wir würden hinter ihm herrücken. Also vielleicht so... Ihr wisst ja nicht, wo ich bin. Ja. Also wenn man sich darauf konzentriert, sieht man schon dieses Flimmern. Ja, dann würden wir vielleicht so 10 Meter hinter dir uns bewegen. Ja. Ja. Wir bleiben 10 Meter hinter dir. Ich schubs halt die ganze Zeit noch diesen... Ich hab schon wieder vergessen. Wie nennen wir ihn Fischmenschen vorher? Äh, Fischmenschen... Könnt ihr noch den anderen knebeln? Damit der uns nicht verrät? Ich hab diesen Gag-Ball... Ich hab diesen Gag-Ball... Lasst mich einfach gehen! Ich mach! Ich hab diesen Gag-Ball von einem... Seefahrer bekommen. Ich nehm dir einen, ob da drinne. Äh... Er sagt, ich geh einfach. Ich schwöre, ich sag gar nichts. Inside. Gib mir einen Inside-Wolf. Ich trau ihm nicht. Ich hab ne 10. Dabei... Du weißt nicht, ob er die Wahrheit sagt oder mir. Ich weiß nicht, ob die Wahrheit sagst du noch nicht. Dann kommst du jetzt mit. Ey, bitte nicht. Er versucht wieder wegzurennen. Net 20. Net 20. Er hat noch mal Net 20. Er hat auch ne Net 20. Dann müssen wir nochmal. Ja. Äh, okay. What? Acht. 14. Okay, ja. Er packt mir da eine glimpfige Hand und er rutscht auch vielleicht aus. Ich sag wirklich nicht. Versprochen. Ich will ja einfach nur raus. Du kannst raus. Sobald wir dann Gott vermöbelt haben. Ich kenn meinen Gott doch selber nicht. Wollen wir das heute auch nicht kennenlernen. Du willst nur deinen Schöpfer treffen. Oho. 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 Du hast einen Hut. Käpt'n. Er gibt dir seine glitschige Hand. Oh. Freut mich sehr. Ich würde ihm den Gag voll nicht reinhauen. Ich vertraue eigentlich an das Gute im Fischmenschen. Okay, das ist klar. Okay. Ja, ihr geht weiter und du gehst ja ein bisschen vor. Ja. Und als du in einen größeren Raum kommst, ungefähr drei Meter hohe Decken, aber deutlich breiter mit so einem kleinen See in der Mitte, hörst du auf einmal Stimmen. Mhm. Es ist so eine Art Gesang, den du da hörst und dieser flach, sehr ruhig aussehende See, der vor der ist. Auf diesem See siehst du an dem Ufer einen Typen stehen. in einem weißen Hemd mit Lederhosen, der regungslos davor steht. Und du würfelst mir mal bitte einen Wisdom-Saving-Throw. Scheiße. Warte, was haben wir gesehen? Lederhosen? Wobei, Saving die ist sogar dann 21. Du merkst irgendwie, dass dich die Stimmen beeinflussen wollen, in die Richtung dieses Seels zu gehen, aber du kommst nochmal irgendwo weg und hast jetzt noch eine Möglichkeit deine Kollegen zu warnen oder einfach weiterlaufen zu lassen. Ne, ich muss das erstmal verarbeiten, was da passiert ist. Okay. Gut. Als ihr weitergeht, merkt ihr auch, dass dieser Gesang da ist. Und hier macht man bitte auch einen Wisdom-Saving-Throw. Ach. Da kann doch gar nichts schiefen. 120. 10. 7. Moment. Du hast den Advantage auf Wisdom-Saving-Throws, oder? Stimmt. Dann darfst du nochmal werfen. Hab ich. Das ist der falsche Würfel. Das ist ein D12. Oh, sowieso. Das wird mir nie passieren. Deswegen würfelst du mal so falsch. Ich würfel mal so niedrig. Okay. Ich hab wirklich den Advantage auf Wisdom-Saving-Throws. Das hat letztes Mal auch nicht geholfen, aber vielleicht beim richtigen Würfel. Das ist schon mal ein 2. Und ein 1. Ja. Immer Odell. Keine nette Wunder. Das sind also 6 mit Advantage. Ja. Okay. Ihr könnt... in diese Höhle rein. Und alle Leute fühlen sich zwar belastet, aber können dem Stand halten und checken das auch. Und nur ein kleiner Halbling, der geht fröhlich weiter, auf einmal werden seine Augen auch ziemlich glasig. Und er bewegt sich weiter innerhalb oder in die Richtung des Sees und bleibt neben Lin stehen. Und ihr könnt alle beobachten, wie spinnenartige Tentakelbeine von oben sich quasi abseilen. Und jetzt sich auf dem Wasser, wie so ein Wasserläufer, quasi langsam auf die beiden zu bewegen. 10 Sekunden. Was tut ihr? Ich sprinte rein und hack mit meiner Axt auf die Tentakelteile. Ich mach gar nichts. Ich guck einfach nur. Sleep auf die Tentakelbeine. Das müsste doch theoretisch gehen, oder? Okay. Als erstes du. Du sprintest an der Stelle hin und du gibst mir mal einen Angriffswurf. Oh, das ist nicht gut. Eine 9. Eine 9? Ja. Okay. Du schlägst da drauf. Oder gilt das als erste Attack, dann wäre es Reckless Strike. Das ist die erste Attacke, ja. Dann würde ich daraus einen Reckless Strike machen. Okay. Dann sind es... Oh, 13. Na ja. 13. Okay, trifft aber. Du darfst mir ja einmal dann einen Schaden noch aufwirfen. Ich bin allerdings noch nicht im Rage. Daher ist es nur normaler Schaden. Nur 7. Ne, 8. 8. Du schlägst auf die Tentakelbeine. Nur. Du schlägst auf die Tentakelbeine. Du kriegst auch ein Tentakelbein ab. Es zieht sich zurück dabei. Und du sägst hinter diesen Tentakelbeinen, die sich jetzt gerade lichten. Und jetzt dürft ihr mir alle einen Initiativewurf einmal machen. Merkst du auf einmal, dass eine Kreatur dahinter steckt. Was nur sehr entfernt Humanoid ist. Eines dieser Tentakel. Hier sind gerade zwar 6 dran. Aber diese 6 sind nicht mehr da. Ist das ein Illefit? Nein. Sieht fast so aus. Beim Illefit wärt ihr jetzt tot. Das denkst du. Uruk hat kein Gehirn, was gefressen werden kann. Ja. Genau. So. Wo ist... Wer hat es nicht geschafft? Du nicht? Machen wir jetzt einfach mal hier hin. Und ich will euch das nicht wieder irgendwo vorstellen. Irgendwann, Odell. Irgendwann. Das ist so wild. Du hast Schwandisch auf diese Seite. Ja. Es hat auch nicht geholfen, wo ich in dem Kampf gefeiert war. Du hast doch noch nie... Da habe ich mit Saving Throw, also mit Advantage, bin ich ja da irgendwie 5 Runden am Stück einfach in der Ecke kauernd liegen geblieben. Ja. Obwohl das jetzt irgendwie 10 war oder so. Ihr könnt alle schon mal Advantage... 4. Ich hab schon. Ich wusste nicht, ob ihr schon gemacht habt. 5. 10. Das wird mein Fight. Wie jeder Fight. Wie jeder Fight. Ist irgendeiner von euch stark angeknuspert? Angeknuspert? Ja. Ich hab 4 Leben verloren. Und nur noch 2 Heils. Nee, du hast gar nichts verloren. Doch. Ich hab 4 verloren. Du warst doch gar nicht im Beam. Nee, vom Kampf davor. Achso. Ja, und ihr seht halt vor euch, das sind so zerfetzte alte Roben, die dieses ja etwas irgendwo anhat. Es hat in seinem Mund, und das könnt ihr nur sehr, sehr leicht in diesem dämmerigen Licht, weil ihr erkennen, der See ist so von unten leicht am Leuchten, eine Zunge, die aber keine wirkliche Zunge in dem eigentlichen Sinne ist, sondern eine Art Tentakel als Zunge. Also, was auch immer dieses Wesen als Mensch damals war, diese Zeit ist sehr, 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 sehr lange vorbei. In was für einem Hentai sind wir hier gelandet? In den guten. Fischmenschen und Tentakel? Was zur Hölle? Ja, es sieht nicht wirklich gut aus. Und neben euch, die Figur sagt, das ist, das ist der Jesaja und versucht auch nochmal direkt wegzulaufen. Willst du ihn diesmal aufhalten? Ja. 3, 2, 1. Ich halt ihn fest. Okay. Gib mir nochmal einen Athletikwurf. 18. Ja, nehm. Kommt weg. Okay. Diesmal rennt ihr auch einfach nur weiter. Ich würde ihm hinterher rufen. Kämpfe für die Freiheit deiner Menschen. Ähm. Leute. Er rennt einfach komplett weiter. Und er geht an dieser Stelle aber auch nähert sich langsam wieder zu euch. Und er hört nur ein ganz, ganz leises Wer seid ihr? Ihr werdet alle sterben. Uruk nicht sterben. Uruk töten. Okay. Initiative. Ähm. Kurze Frage. Müsste ich noch da stehen? Oder müsste es schon weiter sein? Bitte? Ähm. Du bist schon ein bisschen weiter. Du bist an dem Ding dran. Du hast dir das Tentakel angegriffen. Du weißt gar nicht, dass ich da bin, oder? Bei mir? Oder? Äh. Bei dir. Der wird das Flimmern wahrscheinlich erkennen oder sowas. Aber spätestens. Ne. Du stehst nicht Innensee. Der ist etwas tiefer. So ein halb großes Flimmern in einer dunklen Höhle? Boah. Er hat's auf jeden Fall. Ich guck mal, was der für eine Perception hat. Dann sag ich's euch. Ähm. Ähm. Doch, der wird's sehen. Also der hat das irgendwie gemerkt. Auf jeden Fall, dass ansatzweise der da ist. Okay. Dann hat er nur einen Nachteil. Genau. Richtig. Okay. Kennt man die beiden neben Timo und Fippe eigentlich? Ja, das ist Ben. Ne. Gut. Habt ihr alle geworfen? Äh, ja. Si, Senor. Bitte Atlatus. Ne, wer wert das höchste? Hi, 17. 15. 4. 11. Okay. 17 ist Uruk. Wer hat 15? Atlatus. Atlatus. Was hast du? 4. Du hast 11? 11. Vodell. Und als letztes ist Matthäus. Ähm. Okay. Dann gib mir mal bitte eure, deine erste Idee. Idee? Ja, was tust du? Ähm. Sind denn auch Tentakel, die ich abhacken kann? Ähm. Es sind, die Tentakel, die sind mittlerweile wieder an dem Typen dran. Und du meinst, dass irgendwie tief ich kann da nicht einfach? Das vermutest du auf jeden Fall. Es ist wahrscheinlich schwieriges zu hören, wo du nur die Hälfte der Bewegung hast. Es ist nicht kopftief, aber du müsstest eher da durchwarten. Das heißt, deine Bewegungsgeschwindigkeit wäre auf die Hälfte. Ähm. Wie weit käme ich? Also ich bin einfach schlecht im Ding im Schatten. 15 Fuß. Ja, ich meine nur was... Ah, ne? Du würdest nicht ganz rankommen. Ähm. Das ist mir fuck egal. Ja. Ähm. Lass mich kurz drüber nachdenken, wie genau ich das ausdrücke natürlich. Mhm. Uruk will heute keinen Tintenfisch mehr. Geht soweit er kann. Ja. Und würde eine Javelin werfen. Okay. Dann Javelin. Ja mit Rage natürlich. Mhm. Also du wirst auf einmal richtig wütend. Deswegen... Oh, kein Tintenfisch! Uruk hatte schon! Mhm. Und wir werfen und trifft eine... 21 Treffen. Uruk liegt während auf eine ausgewogene Ernährung. 21 Treffen. Hab ich mir gedacht... Sei wie Uruk. Äh, das ist Piercing. Ein D6. Das ist auch mein letzter Javelin nebenbei sehe ich gerade. Äh, das sind dann... Neun. Neun Schaden. Hast du die andere verloren? Äh, ich glaub eine hab ich mal in irgendeinem Kampf liegen lassen und nie wieder aufgesammelt. Ja du merkst die Javelin, die trifft auch dabei. Die bleibt aber irgendwo stecken. Du merkst nur ein bisschen wie sich die Spitze minimal nur reinbohrt. Und auch nur minimal in seine Haut. Und äh, derjenige dann auch zu euch ruft so... Normale Waffen werdet ihr... Mit diesen Waffen werdet ihr keinen Erfolg gegen mich haben. Uruk nicht normale Waffen. Uruk Großarsten. Uruk Großarsten. Okay, danach merkt aber auch dann ein Atlatus. Okay. Jetzt dürfte es langsam losgehen. Ja. Ähm... Ich würde mich ran bewegen. Okay. Ich stehe noch relativ weit hinten. Ich glaube ich komm wahrscheinlich bis zum Wasser. Ja du kommst bis zum Wasser. Können wir machen, ja. Hm... Sehe ich da immer einen Stein den ich aufheben kann und den am Kopf werfen? Ja, einige Steine. Ja, würde ich einen Stein am Kopf werfen. Okay, dann tu das. Ein Stein ist keine Waffe, das stimmt. 15. Äh, krieg ich Decks drauf? Bitte? Äh, krieg ich meinen Decks drauf? Ja. Dann sitzen. 17 trifft? Mhm. Was... Wär das? Ein Stein? Ein D4 ist das. Ein D4. Eine improvisierte Waffe. Habe ich 3 Damage im Angebot? Ja. Und du merkst wieder der Stein prallt einfach quasi von ihm ab. Und er nur lächerlich. Ihr werdet ja alle sterben. Und damit ist Odell dran. Odell... ...bereitet seinen Laserstrahl vor. Den Moonbeam? Hast du noch einen Level 2 Spell dafür? Jaja. Okay. Bist du nicht noch verwirrt von ihm? Verwirrt? Ne, er hat sich doch angehört. Ja, stimmt. Du musst mit Wisdom Saving Throw das mal machen. Ja, oh. Aber das ist ja mit Advantage. Mit Advantage. Kein Problem. Kein Problem. Na, das sind doch 15. Achso, ist noch nicht mal Advantage. Moment. Passt aber. Du kommst raus aus dem, bist direkt wieder klar. Was willst du machen? I'm a firing my laser. Dann tu das mal. Ähm. Achso, ja. Das ist Consi Savings Throw mit 12, hat man gesagt. Ja. Auf Kollege Schnürschuh. Genau da so zentral auf seinen Kopf. Ja. Aber er steht momentan einfach nur in dieser Lichtquelle drin. Und dann möchte ich als Bonusaktion mich in einen Bär verwandeln. Ja. Merkt man. Du wirst ein riesiger, böser Braunbär. Ja. Wunderschön. Wow. Geil, Alter. Der ist wirklich groß. Ja. Geil. Den könnte Ugo reiten. Mounted Combat. War der Mounted Combat, der Kollege? Und jetzt ist der Priester auch dran. Er bewegt sich als erstes nach hinten mal ein Stück aus diesem Strahl quasi raus. Dabei erlebt die Macht des Kraken. Und an dieser Stelle hört ihr es mit einem donnernden Gebrüll, als würde etwas komplett anderes zu euch sprechen. Also etwas ist es wirklich dunkel, das ist tief. Das habt ihr in eurem Leben noch nicht gehört. Ihr müsst mir alle mal einen Charisma Saving Throw von 14 abgeben. Charisma? Charisma ist ganz schlecht. Ja. Wie funktioniert das? Ist das ein Spell quasi? Weil er hat ja eigentlich einen Nachteil auf mich. Ein Rettungswurf. Okay, ist egal. Ja, ihr müsst ein Rettungswurf. Das ist so ein Spell auf dich. Okay. Hm. 9. 2. 7. Net 20. Ja! 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 Okay. Alle liegen in dem Moment, in dem diese Stimme des Gottes oder was auch immer das ist, ertönt. Richtig, richtig Schiss. Du klammerst dich an den Glauben von Helm. Ist ja nicht Helm, also mir hat er nichts zu sagen. Zu sagen, dein Gott ist schwächer als meiner, so nach dem Motto. Und alle anderen bekommen alle einen Frightened für eine Minute. Außer ihr habt das natürlich den nächsten Moment wieder. Was macht Frightened? Moment! Oh! Ich bin immun gegen Frightened, weil ich rage. Das stimmt. Ich habe massive Flashbacks. Vietnam-Flashbacks aus der Hölle, sein Vater. Und ich bin aber ein Bär. Jetzt seht ihr einen kauernden Bären unten auf dem... Können Bären gefrightened werden? Bestimmt, oder? Fake. Ja, klar. Also ich check nochmal, aber ich bin der Meinung, ich bin immun dank Rage. Okay, Frightened. Also ihr habt Disadvantage auf alle Ability Checks und Attack Rolls, solange ihr denjenigen seht, der euch verängstigt hat. Und du kannst nicht mehr näher an diese Quelle rangehen, die dich verängstigt hat. Okay. Und dann ist auch Matthäus dran. Das ist ganz schön weit, ne? Bist du verängstigt? Ja. Dann gib mir bitte einen Charisma Saving Crow 14 wieder. Ja, schaffe ich. Okay. Du kommst wieder relativ klar und hast auch wieder die Möglichkeit, was zu machen. Okay, dann würde ich einmal den Dungeon Daddy fragen. Ray of Frozen, dürfte ich ja mit dem See zufrieren? Dazu ist es zu klein, mein. Okay. Du kannst versuchen, vielleicht mal einen Eisblock jetzt von denen zu werfen oder sowas geht, aber ansonsten nicht, nein. Das bringt nicht so viel, glaube ich. Nee, dann geh ich nach vorne und mach mal die Tech-Faults. Ich hoffe, dass er kommen denkt. Dann würfel mir mal bitte. Nee, 14 einfach. Nee, der muss einen. Sieben. Du kannst deine oberflächlichen Gedanken wahrnehmen und das, was du halt wahrnimmst, ist Hass. Also es ist teilweise common, es ist aber auch eine Sprache, die du gar nicht kennst, gar nicht zuordnest. Was aber viel, viel schlimmer ist, ist, dass eine viel deutlichere Stimme in seinem Kopf noch spricht, die ihr gerade auch einmal gehört habt. Und die definitiv nicht menschlich ist oder sowas, sondern eher eben einbläut von wegen töte sie, töte sie, töte sie. Okay, Leute, ich glaube, der Typ da oben, dieser König, ist gar nicht das Ding, der wird ferngesteuert. Ich glaube, wir müssen den oben nicht mal unbedingt angreifen, die Tentakel sind wichtiger. So, das waren auch deine 6 Sekunden. Damit ist Buruk dran. Ja, ich habe ja auch nichts mehr. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich vielleicht doch gefrightened werden kann, to be honest. Ich habe es jetzt nicht gefunden. Ab Level 6 garantiert nicht mehr. Also vielleicht bin ich doch frightened. Kannst du gerne nachgucken. Ich bin mir unsicher. Ich glaube, ich bin noch frightened. If you are charmed... Wir packen ihn ein. Warte mal, ich... Mindless Rage. Part of the... Nee, du kannst frightened noch sein. Erstmal Mindless Rage ab Level 6. Okay, dann bist du doch frightened. Dann bitte erstmal einen Saving Throw. Was war's? 14. 14 Charm, ne? Vielleicht schaue ich es einfach, dann ist das Ganze egal. Net 20. Okay, du kommst auch relativ gut klar und hast die Möglichkeit, jetzt nach vorne zu gehen. Ja, was habe ich jetzt als mögliche Angriffsziele? Also, die ich erreichen könnte? Die Tentakel, die aus den Seiten kommen dabei. Oder natürlich die Person an sich. Du kannst auf den Kopf schlagen, du kannst auf alles schlagen. Also ich habe ja gerade schon gehört, dass eindeutig die Tentakel anscheinend ein Problem sein sollen. Also würde ich mir den erstbesten Tentakel schnappen und den mal richtig schön axten. Dann mag das. Da mag ich das. Ein Marker für den Laser? Trifft einer 21? Ja, trifft. Dann würde ich dem 12 Schaden machen. Okay. Ja, du triffst den Tentakel. Diesmal fällt er aber nicht ab. Mhm. Und dann hängt er dann so halb quasi da dran. Ja. Ich würde ihn mit meiner Bonus-Action dann versuchen komplett abzutrennen. Mhm. Trifft eine... Uh, äh ja, 24. Ja. Für... Oh Baby, der ist so tot. Ähm, das sind 17 Schaden. 17 Schaden? Ja, ich habe die 12 gewürfelt, plus die 5, die ich nochmal anfangen kann. Äh... 17... Ja, okay. Ja, ist auf jeden Fall starken Schaden, den du machst. Auch der Tentakel fliegt halt nochmal dabei ab. Der ist nicht so gut. Und damit, äh, willst du noch irgendwas zu ihm sagen? Ich sagte kein Oktopus! Oktopus! Atlatus. Uh, hat einfach gute One-Liner. Äh, Atlatus hat eine Frage. Bitte. Wie nah sind die Tentakeln bei ihm dran? Komme ich da auch dran? Nein. Nein. Du müsstest einmal, äh, näher rangehen quasi. Okay. Komme ich da die Runde ran? Mit einem Sprung vielleicht? Boah! Ist interessant. Gib mir ein D20 auf Athletic. 20? In Ernsthaft? Ja. Ja. Du weißt nicht, was mit dem Würfel los ist. Ja. Ja. Kriegst du. Die, die ich sonst immer nehme. Ja. Der ist die vierte in der Trenti. Ja. Ist auch die zweite oder dritte in Folge. Du musst dich wirklich an den Rand stellen, ne? Also ihr müsst auch beide an den Rand. Uruk muss auch an den Rand. Wo sind die Tentakel? Die sind genau bei euch. Achso. Die sind an ihm. Die sind so mega lang. Ja, dann, ähm, würde ich mal... Ich habe ja die Hands of Healing. Ich habe auch die Hands of Harm. Und jetzt gibt es die Hände der Schmerzen. Okay, dann hau mal rein. Ist ein 16. Trifft. Ähm, ich mache jetzt nekrotischen Schaden auch noch. Ähm, zu meiner Attack, wenn ich das richtig verstehe. Das sind sechs nekrotischer Schaden. Okay. Ähm, ja, du merkst, dass die relativ... Ist das magischer Schaden? Nekrotischer. Nekrotischer, okay. Ja, du merkst, dass das deutlich besser funktioniert als irgendwelche Stäbe oder sowas. Mhm. Äh, das heißt irgendwie, dass Magie auf jeden Fall den Schaden macht, den er auch machen sollte. Und da nicht diese blockende Barriere irgendwo dagegen ist. Magie macht mehr! An unsere Magier da draußen! Weißt du mich? Oder als Silicon. Ja, genau. Ich habe jetzt ne Frage dazu. Ähm, ich habe ja den Laser gecastet, bevor ich mich in den Bär verwandelt habe. Kann ich den Laser noch bewegen? Ja. Da ist ja noch unaktiv, ne? Ich hab auch extra Platz gelassen. Ja, dann, äh, ich darf einmal pro Zug, da hab ich meinen Laser um bis zu 60 Fuß verschieben. Das ist ne Aktion. Mhm. Das heißt, du könntest dann dich nur noch bewegen, aber nicht mehr selber angehalten. Das ist okay. Okay, gut. Ähm. Ja, ich möchte den Laser gerne wieder auf sein Haupt bewegen. Du merkst, dass unten das Blubber so ein bisschen brodelt an der Stelle. Neben euch wird es ziemlich heiß. Äh, neben euch beiden. Aber... Er wollte doch mal die heißen Quellen. Genau. Und er versucht natürlich trotzdem, das... Diesmal schafft er es auch, äh, sich zur Seite quasi, beziehungsweise ein bisschen zur Seite zu bewegen, nicht mehr getroffen zu werden. Das heißt, 1d10. Kannst du mir noch werfen. Halben Schaden heißt 1d10 dann? Ich dachte, 2 und die Hälfte nimm. Kannst du auch machen, wenn du das möchtest. Ich mach 2 und nehm die Hälfte. Ja, das sind 3 und 7 sind 10, also 5. Okay. Ja, auch das trifft mit seiner gewohnten Macht. Aber du merkst auch, dass er quasi sich nochmal rausgezogen hat. Aber einer seiner Zentakel ist trotzdem nochmal mit abgebrannt. Und dann renne ich noch so die 30 Fuß. Ich stelle dich übrigens immer echt ungünstig für mich hin, oder? Ach nee, Quatsch. Ich bin ein Bär. Ich hab 40 Fuß. Ja. Aber du kommst, du wirst trotzdem nicht komplett rankommen. Nee? Das sind keine 40 Fuß? Das ist ein schweres Terrain. Ach so, dann hab ich 30. Schweres Terrain kriegt der 30? Nee, ich hab 30 Klettern. Kann der Bärz klettern? Nee, 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 nee. Schweres Terrain ist die Hälfte. Okay, also dann lauf ich so. Genau. Kann der Bärz zaubern? Ja. Ja, wenn der Held die Konzentration gerade, der hat ja schon gezaubert. Das ist ein Zauber, der länger, über eine Minute quasi bleibt dir. Okay, weil wir hatten das am Anfang auf jeden Fall mal gemacht, dass quasi das Tier nur die Tierattacken hat. Kann er auch nicht. Er kann nicht zaubern. Ich kann auch nicht neu zaubern, aber das ist noch da. Der Zauber ist schon da. Ach so, okay. Das ist so eine Wolke oder eine Lichtstrahl, die er quasi bewegen kann. Okay. Okay. Deswegen war er die Frage äußern. Gut. Ja. Der Tentakel-Typie, Ysaya, guckt euch quasi an und insbesondere unseren... Dieses Mal guckt er dich an. Und du merkst, dass eine seiner Hände voller elektrischer Magie oder sowas sind. Und er packt dir auf die Brust. Beziehungsweise versucht er auf die Brust zu packen. Die ist ja auch blank und sehr sexy. Trifft eine 23. Knapp. Ich hab leider genau 23 Rüstungsklasse. Du kriegst 5d10 Schaden. 5? D10? Ja. Bitte geh nicht down. Wie bitte? Ah, das ist der D10. Zwei. Sechs. Sind acht. Sind zwölf. Sind vierzehn. Das ist sehr wenig Schaden gerade durch. Sind 20 Schaden. 20 Schaden. 5d10. Und das ist wahrscheinlich die große Schaden? Ne, das ist Thunder Damage. Ah, okay. 5d10. Du kriegst quasi wirklich... Ja. Und es schüttelt dich sehr sehr stark durch. Ja. Und erst ein bisschen verwundert, warum du noch da irgendwo stehst in diesem Wasser. Bin ich gewohnt. Damit ist der nächste dran. Und das ist Matthias Maximus. Also ich möchte etwas kurz festhalten. Das Wasser ist schon warm. Das Wasser ist so mittel in der Temperatur. Ist nicht kalt, ist aber auch nicht warm. Okay. Der ist ja im Wasser das Viech, ne? Wenn ich jetzt nochmal mit meinem Feuer reinhalte. Ja. Ins Wasser. Ja. Würden wir den kochen? Nein. Das ist halt ein See. Das wirst du mit deiner kleinen Magie nicht machen. Ganz schön großer Feuer. Nein. Not gonna have. Nur ein Feuer, aber Junge. Ja Junge, da müssen meine Mitbewerber wieder dran glauben. Was heißt hier wieder? Ähm. Ich hab grad 20 Schaden gefressen und werde jetzt von meinem Magier will ich kill. Danke. Das 5d10 überlebt. Kannst du da nicht so einen Ray of Frost in der Mitte durchsetzen? Hast du Rage auch halbiert dann den Schaden? Äh ne, weil das ist ja... Ich bin nur gegen Slashing, piercing und so jemanden. Ach stimmt, ja. Halbiert. Kann da leider nicht... Also alles physische oder wie? Mhm. Okay. Wir machen das folgendermaßen. Ich lasse mir jetzt mal entspannen ins warme Wasser. Und was? Ich lasse mir jetzt mal entspannen ins warme Wasser. Okay. Und in die Füße reintauchen. Mhm. Und dann mache ich einen sehr entspannten Burning Hand. Wollt das nur 15 Fuß? Das... Ne. Oder muss ich weiter ran? Hm... Ne, das wird nicht... 20 Fuß werden das sein. Also du kriegst das auf jeden Fall hin, wenn du es machst. Aber denk dran, ja. Du würdest deinen Kollegen mit treffen, ne? Kann den... Kann ich den quasi... Auf jeden Fall... Du würdest ich nur den Treffer callen? Ja, ja. Das kannst du machen. Wer ist das? Ich bin das. Wie viel hast du noch? Ich habe noch 11 Trefferpunkte. Das ist mehr als ich habe. 11? Wie hast du... Hast du... Hast du viel? Kein Metagaming. Das wirst du mir jetzt gerade nicht fragen können. Das wirst du nicht fragen können. Ich bin angeknuspert. Das siehst du. Ja, dann knusper Knäusper Knäuspern. Wer knuspert den Mönch? Ich! 14! Komm, gib mir noch eine Net 20. Ah, ist nicht reingefloben? 10, 10 nicht. 10 plus... Was ist das? Was für 10? Intelligenz müsste doch zaubernd sein. Ja. Nee, dann schafft das nicht. Warte, ist das nicht ein Con-Saving-Zauk? Nee, oder Dex oder so? Ich meine, ein Con-Saving war es eigentlich. Ja. Dann habe ich hier nur eine 13 trotzdem. Uh! Warte, ich brauche eine 14, ne? Ja. Ich habe mit meinem Bonus eine 15. Äh, nee, sorry. Ich bin jetzt ein Arsch, aber ihr müsst beide auf den Nachteil, weil ich unsichtbar bin. Das stimmt. Das stimmt. Ja, es hat halt... Also, er hat das erst mal nicht geschafft. Ja, das zweite ist besser. Also, ich habe... Okay. Oh Gott! Du merkst doch in dem Moment, du merkst doch, es ist so heiß. Du hörst auch irgendwas rufen, von wegen, was rufst du? Äh... Find ring my Feuerball! Und... In dem Moment, Atlatus, was machst du? Sprichst du zur Seite, gehst runter... Ich würde tauchen. Ja, du hast nur einen Platsch runter und der Krakenpriester sieht auf jeden Fall sich auf diesem Feuer entgegen. Einfach so ein... Pessel oder so ein Kegel an riesigem Feuer, was da aus seinem Daumen geschossen kommt. Ich will mich immer noch korrigieren. Bein, Bein, Bein Ball! Ich bin ja noch die Hälfte. Okay. Dann wirfen wir bitte deinen Schaden aus. Fünf. Elf. Und... Sechzehn. Gut, dass sich das nicht getroffen hat. Ich krieg Hälfte. Du kriegst acht. Ich krieg acht, ja. Okay. Und du merkst... Einige Tentakel fallen ihm an der Stelle ab. Er ist sehr, sehr verkohlt mittlerweile und hörst nur ein... Und auch diese laute Stimme wird immer leiser dabei. Aber er hört trotzdem noch donnern, als will man sich irgendwo in der Welt halten. Dann... Und damit ist Uruk dran. Ähm... Also als erstes haut Uruk drauf. Mhm. Soweit muss ich erstmal nicht denken. Das ist der Vorteil. Ähm... Wie viele Tentakel sind da noch? Äh... Es sind so noch zwei Tentakel an der Seite. So, dann zwei Tentakel und... Mr... Wie sieht Mr. Nicht-Tentakel aus? Mr. Oktopus Gesicht. Äh... Und sieht auch sehr, sehr angeschlagen aus. Dann, äh... Habe ich schon ein Tentakel... Zwei Tentakel, glaube ich, heute abgehackt. Dann gehen wir mal direkt wieder ins Gesicht. Okay. Äh... Ich biete eine... Äh... Nur eine 13. Eine 13? Ja. Das trifft. Oh, cool. Ja, denn... Machen wir nochmal solide... Äh... Sieben nur. Sieben Schaden, sagst du mir? Ja. Also das hält er relativ gut auch aus. Sein Gesicht ist aus Stahl gefühlt. Dann würde ich meine Bonus-Action nehmen, um mir einen großen Heiltrank reinzupfeffern. Mhm. Ähm... Hast du auch einen Prop dafür? Oder soll ich richtige Würfeln? Dann müssen wir auch einen haben. Ja, einen großen. Ja, danke. Die sind so cool. Ja, die sind wirklich super cool. Das sind vier? Come on, baby! Oh. Äh... Die unteren zahlen dann? Die oberen. Die oberen. Die schwitzen. Ja, das funktioniert bei denen. Bei denen sind das die unteren. Mach was. Das sind vier, sechs, neun plus... Hier sind 13, um das ich mich heile. Dann hielst du dich um 13. Ich reiche meine Karte wieder ein. Mhm. Und dann war es das auch mit dem Zug. Weil ich habe alles gemacht, was ich jemals tun konnte in meinem Leben. Bitte? Das war's. Kann aber nicht mehr machen. Okay. Du fühlst dich deutlich besser wieder natürlich. Also deine Brandwunden schließen sich langsam. Und damit ist auch Atlatus wieder am Start. Ja, ähm... Ich würde... Wie machen wir das? Wie machen wir das? Ähm... Ich finde die Idee, nicht schlecht einen Heiltrank zu trinken. Ich komme dann nämlich aus dem Wasser raus. Bin schon angebrutzelt. Hab bestimmt auch Heiltrank. Überall Brandblasen. Und trinke jetzt erstmal meinen Heiltrank. Ach du meine Güte. Ähm... Das war plus zwei, ne? Ja. Ja, dann kriege ich fünf Trefferpunkte wieder. Das war fast das schlechtmöglichste Ergebnis. Könnte schlimmer sein. Ja. Kaum. Dann würde ich mich an ihm dran, ein Stück zur Seite begeben, damit ich nicht nochmal in der Reichweite meines Magiers stehe. Ich würde ihn so ein bisschen zirkeln. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Meine Hoffnung. Ich würde ihn so ein bisschen zirkeln wollen. Da ist doch noch der Mondlaser kurz direkt. Der ist noch der Mondlaser. Der ist noch auf ihm drauf. Ist der noch auf ihm drauf? Oder ist er da... Der ist ein bisschen zur Seite, er ist schon raus. Wie? Er hat sich aber nicht bewegt. Kann ich ihn da wieder reinschuppen? Ja, er hat so ein bisschen... Geht eigentlich nicht. Also er steht eigentlich noch offiziell noch drauf, aber er hat ja... Okay. Ich wollte nur fragen, muss ich ihn wieder reinwerfen. Er müsste ihn eigentlich im nächsten noch treffen. Jaja, klapp. Wenn er sich halt nicht gleich bewegt. Okay. Dann hau ich ihm einfach nur eine mit meinem Stab auf den Kopf. Okay. Na, das Glück hat mich verlassen. Ich hab eine 7. Ja, trifft nicht. Also einer seiner verbleibenden Tentakel klackt das noch auf und er guckt dich auch noch böse an. Machst du noch was dabei? Oder war es das? Ähm, ich kann nichts mehr machen. Okay. Ich würde ihm böse angucken und sagen, Helms Rache ist der Laser da oben und der lasert dich gleich wegkumpeln. Odell, was machst du? Ähm. So, muss ich jetzt irgendwas machen, um den Laser aufrecht zu halten? Oder ist der Laser der einfach da, wo er ist? Der ist jetzt da. Ja, dann wird er den ja bei der nächsten Runde nochmal anbrutzeln, oder? Genau, das können wir auch mal machen, ganz kurz. Diesmal schafft er es aber in der 16. Okay, das heißt... Die Hälfte wieder. Wieder 2d10 und die Hälfte. Das sind 8. Und das sind 9. Das sind 17. Mhm. Und die Hälfte davon auf- oder abrunden? Ja, aufrunden wird immer. Also 9. Genau, richtig. Du merkst auch. Mittlerweile sieht der sehr, sehr schwarz aus. Jetzt kann ich aber noch normal tun, oder? Kannst noch hin. Ja, du kannst noch einfach hingehen und angreifen. Und den Attack. Ich bin ein Bär. Du erwartet so durch das Wasser. Ist mittlerweile sehr, sehr nass. Und schießt einen Braunbär. Ja. Dann kannst du attackieren. So, und der Braunbär hat... Multi Attack. Hat Multi Attack. Einmal Bite und einmal Claw. Ähm. Ähm. Bite ist plus 5 auf Hit. Mhm. Ähm. Das sind 13. Äh. Äh. D8 plus 4 Piercing. D8. Welcher ist denn D8? Der hier. Ähm. Das sind dann 12 Piercing. Mhm. Das trifft auch ganz gut. Du merkst, dass er sich kaum noch auf den Beinen hält. Ja. Er steht zwar irgendwo noch und hält auch noch Blickkontakt. Er ist sehr, sehr wütend. Aber das sind eher seine geistigen Fähigkeiten, die ihn auf dem Bein halten anstatt die wirklich körperlichen. Hat der Mann ein männliches Gemächt? Ja. Wahrscheinlich schon. Er weiß, dass er Josiah heißt und eine männliche Stimme hat. Gut. Denn meine Clown sind genau darauf ausgerichtet. Dann hau mal rein. Ja. In klassischer Odell Manier. Ähm. Das sind auch plus 5 auf Hit. Das ist... Oh, das sind 6 und 11. Neff Schaden? Oder du meinst Hit? Ne, 11 Hit. Das trifft trotzdem. Muss ich ja zweimal aussehen. Das trifft trotzdem. Ach, Tatsache. Okay. Ähm. Dann haben wir 2d6 plus 4 Damage. Mhm. Der ist stark am Anfang. 3. 3 sind 6, sind 10. Ja. Du schlägst noch mal nach ihm und du triffst tatsächlich seine Weichteile. Und du merkst, dass irgendwas abfliegt. Er schreit noch mal in allerletzter Kraft. Ist jetzt auch dran. Ihr merkt, dass er sehr, sehr stark am Taumeln ist. Und er schreit euch wirklich nur an in dieser dunklen Stimme. Es reicht. Mööö. Und er castet Call Lightning. Und er merkt, dass sich die gesamte Höhlendecke auf jeden Fall Wolken da bilden, die nicht da sein sollten in einem 60 Fuß Radius. Das heißt wirklich... Um ihn herum. Alles, wo er steht. Er hat keinerlei Selbsterhaltungstrieb an der Stelle mehr. Und ihr macht mir jetzt bitte alle einen Dexterity Saving Throw. Das ist doch sicher etwas, was ich sehen kann und deswegen Advantage darauf habe. Das kannst du definitiv sehen. Ein Dexterity Saving Throw von 11. Äh, 18. Wie ist das jetzt? Jetzt kann ich quasi meinen oder den vom Bären nehmen? War das so? Nee, vom Bären. Oder nur muss ich den vom Bären nehmen? Kann ich ganz kurz dich nochmal als Zeugen haben? Das ist eine Net 20. Okay. Fehlt das jetzt daneben oder nicht? Mach bitte nochmal, ich habe das nicht gesehen. Net 20. Net fucking 20. Eine Sekunde. Eine Sekunde. Also. Warte, ich bewege da hin. Ich weiß nicht, bei den Würfeln ist das immer schwer zu erkennen. Ah ja, der ist schwer zu erkennen. Das hier ist eine 2. Warum ist die 2 und da ist die 0? Ja, haben wir. Wir gucken mal bei unserem Kollegen da ran. Du hattest nicht eine 20, ne? Nee, ich bin bei 18 mit meinen Modifierern. Glauben wir dir an dieser Stelle mit dem Dexterity? Dexterity plus 3 und der Sabling plus 4. Nee, entweder oder. Nee, ich habe einen extra Boni. Der hat hier auch bei der Sabling plus einen Bonus. Ah, okay. Kann doch nicht wahr sein. Da läuft irgendwie der Wurm drin. Das ist glaube ich die 5. Wollt ihr mich alle verarschen? Ihr merkt das nur, dass diese Wolken von über euch erscheinen. Und genau in diesem Moment haucht ihr einfach alle ab. Und obwohl das Wasser leiten sollte, tut es das aus irgendeinem Grund hier nicht. Für Algen oder sonst was. Und Blitze schlagen über euch ein. Zack, zack, zack. Und der Priester wird getroffen von seinen eigenen Blitzen. Und zerplatzt in tausend Teil. Es war anscheinend eine Suicide Attack. Und einzelne Tentakel und Co. und Beine und Arme, die neben euch gerade auf einmal im Wasser herfliegen. Die Gewitterwolke verzieht sich auch direkt, nachdem er gefallen ist. Und ihr merkt auch, Linden kommt zu sich und sagt nur, was ist passiert? Uh, hat Monster getötet. Oder Monster sich. Selbst getötet? Der Bär geht uns zu versichern. Wer seid ihr hier? Wo bin ich hier? Ah, Urug, so ein Einsatzkommando. Ja, Urug, hallo. Willst du mir erklären, wer die Leute hier sind? Und was das für ein Ding ist? Und was ist passiert? Ist da noch irgendwo ein Tentakel? Ja, es sind so einzelne Stücke von den Tentakel, die da sind. Der Bär geht zu einem der Stücke und möchte gerne darauf rumkauen. Wie auf so einer schönen Lachsforelle. Genau, er fischt sich quasi einen Tentakel-Lachs aus dem Wasser. Okay, das kannst du an der Stelle machen. Ah, guter Vorschlag. Ich nehme auch, ich esse das aber. Geh mal mit den Wabeln. Irgendwann muss dir das Glück da auslaufen, ne? Aber nicht heute. Nicht heute. Wir sind irgendwie bei 19 oder sowas. Sehr viel auf jeden Fall. Okay, du kaufst drauf rum und merkst, dass du nicht mal reinbeißen kannst. Du hast ordentlich Zahnschmerzen immer noch und lässt das lieber bleiben. Du Holzfäller? Ich bin, ja, ich bin eigentlich Schreinermeister und ich hab hier gearbeitet und eigentlich war ich nur Ausschau halten und dann kamen irgendwelche Wesen zu mir an, haben mich ohnmächtig geschlagen und jetzt bin ich hier. Ah, wir hier zum Helfen, damit Uru Captain vom Boot wird. Ja, aber er klappt so zusammen an der Stelle. Ich würde erste Hilfe leisten. Okay, gib mir mal einen Medizin-Check. 18. Ja, du wirst es keinem Erste Hilfe leisten können, weil er anscheinend vergiftet ist. Es ist nicht akut, aber es geht ihm auf jeden Fall nicht gut. Habe ich in meiner Kräutertasche irgendwas Gift? Du hast kein Gegengift dabei. Ich habe kein Gegengift dabei. Das ist ein Item, das hast du nicht. Okay. Wir haben natürlich noch einen Trank, von dem wir nicht wissen, was er tut. Ein Blödsinn. Der Bär kommt jetzt, der Bär kommt jetzt hier, ihr seid ja wahrscheinlich hier gerade bei ihm, ne? Irgendwie? Ja. So. Der Bär kommt zurückgestapft. Warte, wir müssen das Wichtigste noch tun. Der Bär kommt so zurückgestapft und senkt sich so, so nach dem Motto. Er hält die Schulter hin. Okay. Wir sollten versuchen, ihn schnell in die Zivilisation zu bringen, vielleicht können wir ihn noch retten. Ah. Ah. Weißt du, meine beste Bär-Impression? Du bringen, du ab. Und hochheben und den Bären rüberlegen. Okay. Jetzt kriegst du auf einmal was Großes über deinen Rücken, aber das gilt eigentlich relativ gut dabei. Ja. Dann stapft der Bär los. Ich nehme an, rennen würde er nicht können. Nö, aber du kannst so locker zustapfen. Möchtet ihr noch irgendetwas in dieser Hülle machen? Gibt es noch irgendwas relevantes? Nee, ich bin ja eh schon im Wasser, ich tauch mal ab und guck da, was ist. Ähm, du siehst tatsächlich, im Wasser, können wir mal nachforschen? Das ist auch intelligent. Wollte er grad gucken. Das tust du doch gar nicht. Ach, ich oder er? Ja, du. Ah, ich dachte, du bist doch abgetaucht. Ja, du hast ihn angeguckt, deshalb dachte ich. Nee, er hat dich angeguckt. Ähm, ne 15. Ne 15. Ja, du siehst unten eine Art Kiste oder Nachtlager oder sowas, aber unter Wasser halt. Schaffe ich das vorm Tauchen, das irgendwie zu öffnen? Auf jeden Fall. Du kannst die Kiste nach oben auch holen. Ja, dann hole ich die Kiste mal nach oben. Okay, du holst so eine typische Piraten-Schatztruhe, so sieht das mit dem aus, nach oben und schiebst sie auch an den Rand. Ähm, wenn du das möchtest, kannst du das auch noch sehen und dich nochmal umdrehen. Ja, ich gucke dann nochmal. Der Bär guckt nochmal. Ich habe ja Gegengifter. Uruk, hau mal mit der Axt drauf. Ist da ein Schloss dran? An der Kiste? Es ist ein Schloss dran, ja. Ja, dann würde ich versuchen, das Schloss mit einfach wegzuknüppeln. Dann gib mir mal einen Stärkewurf. Äh, das ist eine 20. Nicht nett. Ja, aber es reicht. Du hörst so ein lautes, metallerisches Klingern. Das Schloss landet auf dem Boden. Die Truhe könnt ihr aufmachen. Dann machen wir die direkt auf, ne? Ja. Ihr macht es auf und er sitzt tatsächlich auch direkt glitzern vor euch. Oh. Dabei. Einige Gegenstände sind da drin, einiges Gold. Ich würde erstmal alles einpacken, weil wir sollten erstmal den Typen wegbringen. Oder später aufteilen mit euch. Also ich würde euch später auf... Ich nehme es mal schnell. Lass mal später drüber reden. Gibt kein wichtiger... Ja, nur kurz schauen, ob ein Gegend gibt dabei ist. Okay. Dann darfst du dir 50 Goldmünzen. Ja, ich schreibe das, was wir tun. Das ist fast genug für ein Boot. Vielleicht als Anzahlung. Vielleicht kann man ein Boot kaufen. Ja, wir hatten ja gefragt. Der meinte, für das Boot 3.000. 50 Goldmünzen, 12 Silbermünzen. Fischerboot. Okay, ja. Und 28 Kupfermünzen. Wir wissen, was mit dem letzten Fischerboot passiert ist. Ja. Darfst du dir aufschreiben. Dann darfst du dir drei mittelgroße Saphire aufschreiben. Ja. Wie drei oder vier? Drei. Also das sind wirklich sehr, sehr coole Sachen. Die da drin sind. Ich gucke jetzt auch noch so. Boah, sehr cool. Aber genug für ein Boot? Vielleicht. Ähm, dann, das kennst du. Es sind drei kleine Heiltränke da drin. Okay. Ähm, das sehe ich. Also ich packe es ja eh ein. Ja. Ich würde mein Glück mal probieren. Ich weiß nicht, ob das gegen Päusen hilft. Aber dem Typen einen Heiltränk zu geben? Dann kannst du dir einen Heiltränk geben, wenn du das möchtest. Guck mir nicht an, ich bin ein Bär. Mensch. Ja. Also wenn es, wir können ja mal gucken, damit soll der auf jeden Fall ein Stückchen länger durchhalten. Wir können es auf jeden Fall mal probieren. Ja, gebe ich dir den Heiltränk, wenn ich noch gucke, was das ist. Nach ein paar Meter fliegen. Einen Heiltränk dann? Einen weg. Einen Heiltränk. Das sind dann deine. Ja. Gut. Ja, der Heiltränk, der wirkt, also er ist immer noch vergiftet, aber es geht ihm so ein bisschen besser. Er kommt wieder zu sich dabei und guckt euch einmal so mit, er spricht nicht, aber mit zugeknippten Augen guckt euch quasi nochmal an dabei. Dann habt ihr noch zwei weitere Sachen, die ihr findet. Einmal findet ihr durch feuchte alte Ausweispapiere, die so ein bisschen, der Name Josiah Langwasser ist noch zu finden. Und was ihr noch findet, ist ein weiterer Trank, der ist so türkisfarben und vom Grund dieses Tranks kommen immer mal wieder so quallenartige Bläschen nach oben, die so größer werden und dann zerplatzen einfach. Und das andere ist eine Kugel, eine Kugel, die pink-lila ist, mit weißen Wolken, die sich dazu da durchziehen, also eine leicht glimmernde, halt violette Perle und die summt ganz, ganz leise und das Innere der Perle scheint sich langsam zu bewegen. Okay. Okay, indem ich erstmal so hin. Ich esse davon nichts, noch nicht. Das ist eher was für heute. Das Essen wäre auch echt weird, Digga. Weil das ist halt so ein Ort. Nicht das Weirdeste, was wir heute gegessen haben. Was tut ihr jetzt? Ich würde sagen, mit den Bären erstmal in die City gehen. Okay. Dann stapft ihr wieder zurück. Ihr seht auch in dem Moment, wo er zurückstabt, dass da einige Spuren ihr zuordnen könnt zu dem Typ, der sich verpisst hat und der anscheinend wieder ins Wasser ist. Der hat sich einfach anscheinend wirklich aus dem Staub gemacht. Und der Bär geht langsam, aber stetig in Richtung dieser Stadt. Welch Horror hier den Spielern widerfahren ist, was es damit wohl auf sich hat und wie das Abenteuer weitergeht, das seht ihr hier in zwei bis drei Tagen. Auf dem Kanal also folgen, um das nicht mehr zu verpassen. Auf dem Kanal also folgen, um das nicht mehr zu verpassen.